Herzlich Willkommen, einen wunderschönen Abend. Boah, jetzt ist es wahrscheinlich auch so heiß wie bei uns. Das Wetterspiel auch verrückt, weil es ist heiß, dann regnet es wieder. Aber es heißt, hält uns sicher davon ab, Soulblazer zusammen zu spielen mit euch. Dies ist Part 4, Christa, oder 3? Ja, 4. Genau, 4 sind wir schon. Ich bin leider etwas im Dunkeln, ich sehe das in meinem Gesicht. Aber hier wird es schattig. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt was im Weg. Hallo Alex, hallo Edmund, hallo Xena. Und auch alle, die noch zugucken oder gerade nichts schreiben wollen. Sonst, ich will ihre Finger wehtun, oder so. Ja, Folge 4. Genau. Soulblazer, es ist ultra warm. Es ist leider sehr belastend hier. Ich dachte, heute wird es kühler als gestern, aber dem ist nicht der Fall. Das Wetter hat sich einfach gedacht, nee, ich knall heute noch mal genauso rein wie heute. Äh, wie gestern. Es ist heute die Schwüle. Aber wir spielen trotzdem für euch weiter Soulblazer. Titarata. So. Michaela muss, glaube ich, noch umschalten an dem Gerät. Ja, genau. Dass wir hier die 60 Hertz haben. Bisschen laut, ja. Mach's leiser. Eigentlich hat er schon gebeten um eine kleine Zusammenfassung. Oh. Ähm, ja. Eigentlich, was soll man sagen? Also wir sind ja der Held. Und der König hat ja den Doktor Leo empfunden. Das ist ein schlauer Professor. Hat dann irgendeine Maschine gebaut, damit er sich mit Death... Kleine Waldkurve oder Höhenkurve. Und jetzt sind wir in Doktor Leos Labor. Und müssen da Türen, Katzen und sonst was wie freien Kinder. Und das letzte Mal haben wir endlich das Schwert bekommen aus Metall, wo wir alle anderen Gegner besiegen können. Das heißt, wir können jetzt zurück in die anderen Levels gehen, wo wir damals nicht alle besiegen konnten. Und das können wir jetzt alle abschlachten. Das machen wir jetzt auch. Hoffe, es passt zu Alex. So. Das ist ein sehr schönes Spiel. Klar ist es immer ein bisschen das Gleiche, aber mir gefällt's. Schaut, hier das ist Doktor Leos Labor. Level 5. Hier sind die Berge mit Schnee. Das sind so kleine Kobolde oder Wichtelchen. Die leben aber nur ein Jahr, dann sterben die und die altern so schnell. Hier sind die Meerjungfrauen unter Wasser. Hier sind die Tiere, wie Hunde, Eichhörnchen, Rehe. Apropos Alex, der hieß auch ein Eichhörnchen Alex. Und hier ist die Menschending. Also die Geschichte ist eigentlich nur, dass sich der König, der hat seine ganzen Leute verkauft, kann man sagen. Ekelhaft. An dem Bösen, aber für jede Person rückt er ein Stück Gold. Und wir müssen jetzt alle retten. Ich checke jetzt mal nur kurz, Leute. Ob wir wirklich über, über, überall waren. Prost, genau. Trinkt mit dem Chris, was gekühlte Schönes. Nach eurem Geschmack. Also die Geschichte ist echt relativ günstig. Wollte ich sagen. Hier haben wir null Monsterhöhlen. Jetzt gucke ich kurz hier rüber. Wir machen heute ein bisschen Backseat Gaming, oder wie das heißt. Das liebt ihr ja. Habe ich gehört. Was machen wir mit Backseat Gaming? Ja? Zurück zu den alten Blazes, oder was ist nicht Backseat Gaming? Äh, nein. Backtracking meinst du? Achso, okay. Backseat Gaming ist, wenn ich, wenn ich wie du die ganze Zeit den Finger... Geh da hin, mach das. Hier, da, das ist Backseat Gaming. Null, okay. Danke, Xena, das ist alles. Achso, alle komischen Wörter checkt doch keiner mehr durch. Oder etwas schon? Ich muss über etwas mit euch reden. Oder, ja. Ich habe, ich bin einer Sucht verfallen. Michaela, weißt du schon, worum es geht? Das ist peinlich. Xena, spreche dich an. Genau, das ist Xenas Metier, oder? Absolut Xenas Metier. Also, erst mal, ich... Die Herleitung erst mal. Wir haben ja jetzt einen Hund, ne? Ist das acht Monate? Ne, nicht acht Monate, sechs Monate, glaube ich, sind sie erste, oder? Sieben. Sieben Monate, ja. Und so mit der Zeit guckt man sich ja verschiedene Hunde, Trainer, Typen und so Zeugs an. In, äh... YouTube und so weiter, ne? Ist wieder der Neugeber. Und da habe ich bestimmt vielleicht, einer oder andere hat vielleicht schon mal was von Martin Rütter gehört. Martin Rütter ist ein bekannter deutscher Hundetrainer. Seit über 25 Jahren oder sogar mehr noch. Und hat auch viele, viele Shows und so im Fernsehen und hin und her und YouTube und so weiter, ne? So, jetzt gibt es eine Show, die heißt Die Welpen kommen. Die mögen die Michaela und ich. Problem ist, das gibt es nur auf RTL Plus. Ne, es gibt eigentlich im deutschen Fernseher, aber das haben wir ja nicht, das haben wir Abo weggemacht. Und da kann man natürlich auch nur eine Folge gucken, kann ich ja nicht alle angucken. Genau. Hallo Kumprisma. Hallo Kumprisma. Ja, wir haben uns eine Folge angeschaut und dann haben wir halt beschlossen, wir machen jetzt mal ein RTL Plus Abo für die Martin Rütter Show. Also für die, ihr kennt es ja verschiedene Hundeshows, ne? Wo man sich so Hundesachen angucken kann. Ist wirklich sehr interessant für Hundebesitzer und so weiter, alles sehr gut. Ist kostenpflichtig. Ist kostenpflichtig, kostet 96 im Monat. Ist es günstigste, ja. Ist es günstigste, was man haben kann. Haben wir gesagt, cool, das machen wir jetzt mal. Dann können wir das machen. Also, stellt sich raus, Problem ist, ich gucke, ist sehr viel Trash-TV jetzt. Ich gucke jetzt Temptation Island. Ich habe gestern eine ganze Staffel durchgesuchtet, ey. Hilfe. Es war echt furchtbar, auch nur weil es so warm war. Und also es war eklig, ich konnte gar nichts machen. Also bei der Hitze kann es halt nichts machen, ne? Ich konnte weder streamen noch irgendwas anderes machen, spielen. Ich habe ein bisschen Fear vorbereitet, ja, das habe ich gemacht. Aber da lief die ganze Zeit Temptation Island im Hintergrund, tut mir sehr leid. Es ist, wie nennt man das, wenn man irgendwas mag, was eigentlich, was eigentlich sehr, ne, was eigentlich sehr, ohrwurm, oder? Nein, nein, da gibt es einen Fachbegriff. Chris Beste. Äh, es ist, wie nennt man das? Ah, da gibt es einen Begriff, so einen englischen Begriff, wenn man irgendwas mag, was eigentlich, was eigentlich voll scheiße ist. Ja, die, gut, ob es jetzt die spezielle Show ist, die laufen immer nackt irgendwo rum. Also in jeder Show laufen die immer nackt rum. Nackt laufen sie auch bei diesem Adam und Eva rum, oder wie das heißt, oder? Oh, keine Ahnung, ne. Ja, kann sein. Oh, hoffentlich gibt es das auch nicht per RT-App. In Temptation Island gehen Pärchen, gehen auf, äh, sind zwei Villen, in Kroatien, Griechenland, egal irgendwo, und in eine Villa kommen die Männer, also es sind vier Pärchen, und die werden getrennt. Die eine gehen in die Männervilla, die andere gehen in die Frauenvilla. So, und dann sind jeweils zwölf Weiber, zwölf Männer, sorry, wollte nicht Weiber sagen, wollte Frauen sagen. Verführerinnen. Und, Verführerinnen, genau. Und dann, es ist halt ein Test für das Pärchen, ob sie bestehen oder nicht, halt nur so Trennungsdring, ja. Guilty Pleasure, danke, Admin, exakt. Das ist gerade mein Guilty Pleasure. Es ist peinlich, nicht unbedingt gut, aber ich ziehe das jetzt zwei, drei Tage durch, ein paar Staffeln, dann habe ich auch wieder die Schnauze voll, so. Kann ich jetzt schon sagen. Aber es ist auch, es ist einfach krass auch. Es ist schon Sucht machen, so ein bisschen, ne. Wenn man sich da ein bisschen reinfindet, so eine Thematik, ne. Ja, ich weiß. Wir hatten es ja vor ein paar Jahren schon mit dem Summer of the Stars, da waren wir ja voll beide drin. Ich weiß noch, das war ja krass. Und, äh, aber ich bin jetzt halt, war jetzt lang davon entfernt, jetzt bin ich wieder voll drin. Ah, also ich bin nur die Technik, dann gucke ich gerade jetzt durch halt eben, ne. Wie gesagt, wir haben doch erst so ein paar, so fünf Tage oder zehn Tage haben wir es schon, RTL Plus. Zehn Tage, dann. Ich finde es auf jeden Fall krass, RTL Plus ist ja fast schon so wie Netflix und sowas. Da gibt es auch Filme und anderen Kram und ganz viel anderes Zeug, das man da gucken kann, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich okay, so, das Angebot. Bis jetzt, ne. Aber naja, wollte ich nur mal erzählt haben. Ich wollte es nicht groß jetzt zehnmal aufmachen. Wir haben das, weil Tatjana gerne Bachelor guckt. Sieht, ja genau, Bachelor ist auch so ein Ding, genau. Aber Bachelor ist, glaube ich, im Vergleich mittlerweile auch eher langweilig, glaube ich. Also es ist was anderes. Also wie es da teilweise abgeht bei den anderen Sachen, ist ja schon krass, ne. Naja. Naja, Chris Ratschn und Listern, ja. Dass du dir das immer geben kannst, verstehe ich. Ich habe nur Phasen, wo ich das mal habe, ne. Aber immer kann ich mir das nicht geben. Chris, schaust du auch Naked Attraction? Ne. Also ich bin, alles ist neu für mich. Also ich habe, wie gesagt, zwei Mal House of Stars geguckt damals. Dann glaube ich damals schon ein bisschen Temptation Island, aber sonst nix eigentlich so, ne. Wie hieß das? Andere Love Island. Was haben wir gemacht? Ja, Love Island. Ja, Love Island weiß ich auch gerade nicht. Ich glaube, da kann man gar nicht einbieten. Ich weiß, kann ich mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz heißt es Trash TV und Trash ist einfach Müll. Es ist aber halt ein interessanter Müll, ja. Das sind alle lieb und dann zicken alle rum. Dann werden Herzen gebrochen, weil die Leute enttäuscht sind, weil ihre Partner einfach so... Die Leute gehen fremd, die Leute verändern sich und so und alles, ja. Ich glaube, Johannes schaut das. Naked Attraction, ja natürlich schaut Johannes das. Sobald das Wort Naked integriert ist, ist Johannes dabei. Ich bewache dieses Schwert, nimm dieses Schwert, oh wirklich ein Schwert. Chris erhält das Heilschwert. Ach, zum Schluss bekommt Chris das RTL Plus-Abo wegen Überanspruch gekündigt. Ja, nee. Es wird auf jeden Fall jetzt genutzt. Oh mein Gott, Chris, was geht Chris? Ja, ich sag's. Wenn man gewisse Thematik... Wie gesagt, eigentlich... Martin Rütter, eigentlich war das Ziel. Super, jetzt hat er halb nach Gefroren, Männer. Aber das gucken wir halt nur gemeinsam, ne? Das gucken wir halt nur gemeinsam, ne? Die Welpen kommen, geile Show, wirklich süß. Da kriegt man sich nicht mal neun Hunde, muss ich echt sagen. Ähm, auf jeden Fall, das gucken wir nur zusammen. Wenn ich aber alleine daheim bin, darf ich das ja nicht gucken, oder kann ich das ja nicht gucken, weil dann guck ich's ja doppelt. Deswegen... Das ist Temptation Island. Oh, das ist das... Ah, das meiste, das hab ich ihr verschwunden. Martin Rütter, guck mal, ja. Gucken wir zusammen, ne, das guck's nicht. Ich zeig's dir nur ein bisschen. Ich guck, wo's hype mit, aber irgendwie... Ja, ja, ich erzähle das meiste so. Ich guck das ja alleine, das ist das Ding. Das Haus der Stars zum Beispiel, oder Reality-Dings, ich fand's einfach schrecklich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist schon für mich okay. Es ist auch schrecklich, ich sag ja nicht, dass es gut ist, aber es ist einfach... Es hat was, wie was Suchtmachendes einfach, ich weiß auch nicht. Wenn du jetzt mal die Leute kennst, die da drin sind und so, und dann wie die Entwicklung ist so. Aber es ist schon stumpf einfacher. Naja. Kommen wir zu qualitativen Produkten, Medienprodukten, Videospiele. Ja, das ist ja ein Problem. Ich muss irgendwo hin, wo ein Efeu gewachsen ist. Da ist ein Efeu gewachsen, da ist ein Efeu gewachsen. Gehen wir noch weiter rechts, geht's nicht noch weiter? Da war ich ja. Ganz rechts, meine ich. Das ist links wieder gewesen auch. Hier? Nein, rechts! Schrei nicht zu. Doch. Sonst verstehe ich das ja nicht. Doch. Rechts ist eine Wand. Okay, wissen wir Bescheid, da ist ein Efeu noch. Ach, da muss ich da hochklettern vielleicht? Ach, ich muss sie hier hochklettern. Siehste, einfach mal ganz nach rechts laufen. Was heißt, so trau ich da zum Beispiel mit den Leuten dann irgendwie und wenn ein Partner dann so halb so fremd geht? Oder was ist denn schon fremd, was ist schlimmer, was ist nicht so schlimm? Ja, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Die meisten sprechen das ja vorher ab und dann machen sie es doch anders da, also keine Ahnung. Manche Sachen versteht man einfach nicht, ne? Naja. Aber wie gesagt, das ist nur eine Phase. Das ist wie eine Serie gucken halt, ne? Das ist wie eine spannende Serie gucken. So, wir springen auch alles mittlerweile, oder? Wir lesen gar nichts mehr vor. Doch, das kennen wir da halt schon. Klar, das ist halt normal für euch vorher. Warum sind wir hier? Weil hier heißt es, Achtung, Achtung, hierzu verwendet, aber die Monster wäre in Doktor Leos Gemälde ihr Unwesen treiben können nicht mit einem normalen Schwert getötert werden. Hierzu musst du zuerst ein Schwert finden, mit dem du Metall zerstören kannst. Kehre zurück, wenn du das Schwert zurück, kehre hierher zurück, wenn du das Schwert gefunden hast. Also auf Deutsch, ich soll das Gemälde an zurückkehren, oder? Ja, ich hab wieder das Gemälde. Nee, war schon. Arianis, oder wie gesagt? Hier ist es fertig, zack. So. Ich will mal jetzt kein Beziehungs-Temptation Island-Stream. Das machen wir jetzt nicht. Bachelor und Co gucke ich aber nicht. Ich mag mehr die DC-Promisse. Achso. Ja gut, das ist ja gar keine Promisse. Das sind ja komplett no-names. Die ja da vielleicht zu Promis werden, so ein bisschen. Aber naja. Egal. Es ist ein Sünden-Pool. Das sag ich euch. So. Weißt du, wo das hin muss? Wenn ich da wär in der Show, würde ich die ganze Zeit im Pool sitzen. Aber wir fangen ja immer wieder an. Ich will ja weg von der Show jetzt. Dann würde ich tauchen mit meiner Taucher-Brille. Dann würde ich auf so einem Reifen sitzen. Ich sag, einen Flamingo-Reifen hab ich gesehen. Dann würde ich höchstens sagen, nur schupf mich mal an. Zwei Wochen lang, oder? Oh Gott. Das ist ungefähr voll lang. Ich würde es bestimmt keine Kekse geben. So. Toll. Das ist so schöne Mucke. Ich muss mich erstmal orientieren. Leck coming out ist so nice. Was? Achso. Der ist ja raus übrigens. für uns, ne? Finde ich gut. Spanien hat er gewonnen gegen Frankreich. Hab ich mitbekommen, ja. Die Spanien hat dann... Die Franzosen hat dann gewonnen... Ich war für die Franzosen, weil wir waren letztes Jahr im Franzosenurlaub. Wir waren letztes Jahr im Frankreich-Urlaub. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, aber gut. Der Drachenlord wollte sich mal bei Adam sucht Eva und Temptation. Alex, du verfugst aber auch wirklich alles, oder? Sogar der Drachenlord, ey. Wenn Michi und ich im Sommerhaus wären, würden wir mehr mit den Tieren als mit den Leuten abhängen. Gibt es da viele Tiere im Sommerhaus? Ich habe das Sommerhaus nicht geguckt. Du hast es doch geguckt. Wie lange ist es jetzt schon? 2-3 Jahre her, ey. Ich weiß nicht, Xena, wann war das, als wir das geguckt haben? Ich weiß es nicht mehr. Mit diesem André da, mit dem Penner. Das war, keine Ahnung, das ist ewig her. Da gab es doch so einen Christen, oder? Ja, Breu, glaube ich. Aber das ist, keine Ahnung, locker 2 Jahre her. Ziegen und Kühe. Ja, cool, okay. Deshalb weiß ich jetzt nichts mehr von. Richtig. Dann müssen die immer so ekelhaft zueinander, dass dann irgendwann wieder raus werden und so. Schon mal so traurig, irgendwie. Ja. Ach ja. Bostel wieder, Mann, oder? Nein, nein, nein. Wir müssen hier alles absuchen. Warum? Nach was? Weil wir wollen alle Dinger kaputt machen. Nein, wir wollen keine 100% im Spiel machen. Doch. Nein, warum 100%? Michaela, wir machen doch bitte mit der Story weiter einfach. Ja, machen wir doch auch. Nee. Offensichtlich ja nicht, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, wir müssen zurückgehen und alles untersuchen, als Kaiser. Nee. Doch. Schwimmt's, Edmine? Edmine gibt mir bestimmt recht. Michaela, hör doch bitte auf. Rennst du jetzt nur wieder durch die alten Dungeons rum? Wir haben gesagt, wir machen das, Chris. Schau, da ist doch gar niemand mehr. Ist doch super cool. Ja, was ist das denn für eine verschwendete Zeit, die wir hier rumlaufen? Ich wollte einen Bossfight jetzt haben. Kriegst du doch noch. Michi, wann kommt eigentlich noch in Donkey Kong Country? Da brauche ich den Chris, der sich um Cosmo kümmert. Nee. Doch. Mich brauchst nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Kann schon wollen, dann kannst du streamen. Okay. Chris, kannst du schon einen Teaser-Termin für 4 verraten? Nee, leider noch nicht. Leider noch nicht. Ich habe jetzt erstmal geschaut. Ich hatte ein Problem mit meinem Laufwerk. Habt ihr ja bei Element bekommen, eventuell. Hier geht's los. Achtung. Und das habe ich jetzt erstmal fixen müssen. Das habe ich jetzt getan. Jetzt kann ich mich erstmal um die Lauffähigkeit bemühen. Von 4 auf dem PC. Und wenn das läuft, weil das hat auch keine... Die Uhr, weißt du, und hat irgendwie keine richtige... ...1920-Auflösung. Das muss ich alles mal gucken noch. Steuerung. Und da wollte ich noch ein kleines Intro machen. Und deswegen... Könnten auch... Wie gesagt, könnten auch... Was ist heute? Cinta. Donnerstag. Ne, heute ist es Donnerstag. Ah, ja. Ja, nächste Woche irgendwann, würde ich sagen. Schlägt dir immer so komisch mit Ära. Ja. Michaela, er ist dieser Dauerangriff, weißt du nicht mehr? So, ja. Ach stimmt, du hast dir die Bosse nie gelegt, deswegen. Doch, einen habe ich beschrieben. Aber nicht mit dem Move anscheinend. Nee, okay. Das stimmt, das ist gut so. Wer weiß, was man so bekommt als Ausrüstung. So wie das schert, das heilt. Danke, Eckmänner. Noch eine zu fragen, so dann Trashty Tigris. Wer ist dort schlimmer? Die Männer oder die Frauen? Ja, die Männer. Ganz klar. Also, was heißt Trashty? Ich kenne jetzt wie gesagt nur... Temptation Island. Das ist event. Chris erhält XP. Auf jeden Fall, äh... Die Männer. Aber das sind halt auch Leute, die da holen, ey. Die holen schon ein paar Pärchen, die schon nicht so gefestigt sind, ne. Mit Absicht. Also, die... Erwachsenste und beste Staffel war Sex. Die habe ich jetzt... Das war die aktuellste Staffel. Das sind halt ein bisschen... Äh... Gefestigte Paare, ne. Die sind so sechs Jahre zusammen oder ein bisschen länger noch, ne. Sonst waren das früher immer so... Zwei-Jahres-Pärchen oder sowas, ne. Keine Ahnung. Irgendwie so junge Leute auch, ne. Viel zu junge Leute, die da irgendwie... Äh... Eh noch nicht richtig reif sind für sowas. Deshalb... Ja. So... Staffel 6 habe ich Hype gesehen, genau. Ist es jetzt hier was Neues? Ja, ne. Ja? Ja. Sag's einfach mal ja. Mhm. Mhm. Wir müssen nämlich... Ist das Mädels-TV? Das glaube ich jetzt aber auch nicht. Das Mädels-TV würdest du jetzt auch nicht nennen, oder? Gucken wir schnell auch Männer an, oder? Ich meine, ich gucke das ja auch nicht ohne, ne. Tut schon weh. Ich stelle mir so vor. Tut schon weh. So ein ganzer Mädels-Haufen. Und ich lass auch viel im Hintergrund laufen, ne. Und der Christ dazwischen. Der Christ dazwischen. Ja, ja. Alle gucken, haben Popcorn und freuen sich auf die nächste Folge. Das ist... Ja, Alter. Da kennst du eh nicht das in ne andere Welt hier mit Sixpacks und alle haben hier die... ...Astralkörper. So ein Quatsch. Und das ist ja... Furchtbar. 85 Prozent. Wo kommt die Zahl her? Gibt's da ne Quellenangabe? Quelle ist Xena, oder? Der kennt Xena zum Beispiel so 10 Leute her. Und zum Beispiel als Zusatzatz ist es so berechnet wahrscheinlich. Ich muss bei den... Ich wollte eigentlich nur Hunde gucken. Hundebabys schauen. Ja, ja. Und jetzt guckt er nackte Frauen an, oder? Ich hab da nur einmal kurz... Weil da gibt's ein Angebot, so... Kannst du auch wegklicken wieder. Was das so... Die... Die... Die Startseite, wo halt eben alles Dinge sind. Jetzt hab ich kurz den Tisch in einen angeklickt. Zack, war ich drin. Quelle mein Gefühl. Ja, genau. Christian hält seltsame Flasche. Oh, es ist so warm, ey. Ich trink so viel, ey. Das ist echt krass. Musst du mehr Wasser trinken? Freu ich mich auf die dunklen Tage im Winter. Wenn die wieder kommen, wirklich. Tut mir leid. Aber ich... Nee. Der Hund heute auch sehr gelitten. Der Hund heute hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt. So, ne? Weil es einfach zu warm war. Ich hab gar nichts mit dem gemacht, so großartig, ne? Das jetzt wie groß... Irgendwie... Rennen ablassen oder sowas, ne? Nee. Er war einfach so warm... Mitten auf die Straße gelegt. Aber es ist eklig, ne? Wirklich. Es ist so eklig. Ich trink ein... Oh, Krebswut. Oh, Krebswut mag ich auch immer nicht. Es ist so... Säuerlich, bitter, ne? Ist nicht so meins. Ich gucke die Zusammenfassung... Ach, stimmt. Sowas gab es damals auch. Stimmt. Auch noch YouTube mit Reality TV verbunden, ne? Wo auch noch solche Leute gucken und dann irgendwie zusammenfassen. Das kannst du auch machen, Chris. Nee. Hör auf. Kann ich überhaupt nicht. Nee, nee. Euer Reakten wäre allerdings... Aber das darf ich wahrscheinlich nicht, weil das ist ja RTL, ne? Das darf man wahrscheinlich nicht, ne? Stimmt. Reakten, dann wird man mich auch sehen. Jesus, Maria. Wie ich es oft sagen... Du das Reaktisch als Mann würde ich voll episch finden. Das gibt's wahrscheinlich kaum. Aber dann müsste es halt, äh... Darf ich es halt nicht... Das würde halt nur mich sehen im Video, ne? Sagst du dir keine Ahnung, die Marianne hat sich ja schrecklich aufbildet. Mhm. Alex an deinem Regal ist mega, gefallen mir richtig gut. Ja, stimmt, Alex. Sieht gut aus, Alex. Genau. Sieht gut aus. Good work. Alex, du gehst bald wieder die Amazon Prime-Tage. Du hast doch letztes Jahr auch irgendwas drauf. Was soll denn das heißen? Du hast doch irgendwas gekauft für dein Bart, weiß ich noch. Jesus, Maria. Sieht super aus. Nee, hör auf jetzt. Doch. Du grindest doch wieder nur. Nein. Das haben doch alle schon gesehen, diese Lava. Schau mal... Schau mal die letzte Folge. Da haben wir gesagt, wir gehen zurück und besiegen alle Monsters. Hm. So kannst du dich doch mit den Leuten über... Aber ernsthaft jetzt. Ich will nicht, dass wir das gleiche sehen. Ich will... Komm, wir können die jetzt besiegen, ne? Was besiegen? Die Viecher können wir jetzt besiegen. Hä? Wir waren hier schon, Michaela. Ja, aber das macht doch nichts. Doch. Ich will weiterkommen. Ja, das geht doch ganz schnell. Schau mal. Zack, zack, zack. Warum müssen wir das machen? Weil wir... Du hast doch mal gesagt, du hast mir zugestimmt damals, dass wir das machen. Nee. Bitte. Lass mich das bitte noch hier fertig machen. Nein! Wo geht's denn weiter? Ich zeig doch, wo's weitergeht. Oh mein Gott, man wird einfach nur so hingehalten, ne die ganze Zeit. Ich schiff. Ich schiff. Ich schiff. Ich schiff. Ja, ich geh doch gleich zurück. Nein, du läufst immer zur gleichen Sackgasse. Ich weiß nicht, wie es vor euch zu schauen ist, aber ich find's halt langweilig, wenn wir was gleiches sehen. nur damit Michaela einen Ego-Trip hier durchziehen kann. Aber wir wissen halt wirklich nicht was für tolle Sachen dafür. Du hast gar nichts verpasst, du Mensch. Hör doch auf. Guck, das war alles umsonst. So ein Schwachsinn, ey. Ein Vogel. Du hast aber Vogel befreit, Chris. Und jetzt? Können wir den quatschen, ne? Wie geht's denn weiter? Null damit. Okay, ich geh zurück. Der Vogel will ich jetzt was sagen, du Mensch. Ich hab von der Magie des FöGIS gehört, als ich die Seele des Berges besucht habe. Wenn du die drei Symbole eingesammelt hast, solltest du den König des Berges besuchen. Oh nein, wir wollen noch die Symbole haben. Wollt ihr nicht irgendein Eichhändchen? Fertig, oder? Neue Welt. Kann ich das dann auch für Emulation sein? Nein, Michael, geht's bitte weiter. Ich will jetzt die Weltkarte, bitte. Der trinkt immer nicht. Man muss ihn immer ein bisschen zwingen. Der will nicht trinken, irgendwie. Wie wenn er nicht gecheckt hätte, dass es gut fehlen ist, wenn er trinkt. Ist vielleicht nur ein bisschen dumm, aber er muss ja checken, weil es hat ein Bedürfnis, dass er da trinken muss, wenn es ihm nicht gut geht. Aber wir haben mich heute getrunken, als wir reinkommen sind. Ja, du weißt, wir sind daheim schon, aber unterwegs, wenn du ihm was gibst. Aus dem Pfützen trinkt er doch. Nein, am Auto oder so, oder die Flasche, was er dabei hast oder irgendwas. Der trinkt immer erst im letzten Moment. Das ist in meinem Labor wieder. Es gibt aber ein paar Hunde, die trinken nicht richtig viel. Endlich da wollte ich hin, genau. Da haben wir noch aufgehört. Oder? Ja. Das wollte ich die ganze Zeit haben. Genau da haben wir aufgehört. Halbe Stunde jetzt. Alter, wirklich. Wir haben beim letzten Stream besprochen, dass wir zurückgehen und alles besiegen. Dann ist es falsch besprochen. Das würde ich nicht mehr machen. Ja, da ist ja wie die Michaela. Die kannte den höchsten Hits, aber da ist gerade frisst sie immer noch Kekse. Das ist unfassbar. Ja, wie kann man, wie kann man denn so warm ist und so eklisch schwitzig dann noch trockene Kekse essen, ey? Boah. Also wirklich keine weichen Kekse, so sind alles das höchst bröseligste. So ist Cosmo auch, ja. Boah. Wir lieben unsere Kekse. Aber nicht in 30 Grad, ey. Chris, befällt eine Pflanze. Darf ich eigentlich spielen? Ja. Endlich mal wieder. Ich trink der Weile. Mach ich gar nichts drin, verdammt. Sorry Leute, für alle, die das rückblick sehen wollten. Kommst du her? Wo muss ich hin? Da ist nichts. Da ist runter. Unten links war noch ein Schalter, den ich... Stimmt, genau. Chris, geh schon zurück. Was ist denn das jetzt hier? Mach das mal irgendwas? Das ist eine neue Fähigkeit, die wir freigeschaffen haben. Das ist heiß, Chris. Jetzt bist du draufgegangen in der Hitze. Bam, bam, bam. Bam. Haben wir gar keine Kräle mehr. Jetzt kann man da Pflanze... Bin ich bitte hier? Ja, jetzt kann man da Pflanze quatschen. Nein, ich schau drüben, wir kommen nicht. Nein, kann man nicht. Soll ein Mäuslelöchle gehen, okay. Okay, zurück, Chris. Ich führe dich. Wir können weiter steigen allein. Michalum hoch. Links. Hoch. Links. Zurück, zurück, links. Das ist für die Navigation, weißt du? Sagt, 10 cm vorm Abbiegen noch 60 Meter. Geradeaus. Gehen sie geradeaus. Geradeaus. Ah, eben was? Links. Jetzt geradeaus. Links. Runter. Neu navigieren. Nein. Chris, wir brauchen eine Pflanze. Ich bin eine Pflanze. Okay. M hoch. Rechts. Runter. Hubsch, war falsch. Rechts. Hoch. Rechts halten. Oh, war falsch. Hubsch. Rechts. Mich, lass es. Ich mache es selber. Ich habe... Jetzt weiß ich den Weg auch. Ganz oben rechts war es irgendwo. Ganz oben rechts war es irgendwo. Navigation kaputt wegen Hitze. Brauche ich Kekse. Ach, du passt. Kannst du deinen Zauber ändern, wenn du dir was anderes haben willst. Wasser. Jetzt kühlt es dann ab. Bei euch auch ein, Leute. So, was denn das Heißes? Was mache ich da? Geht ganz kurz drauf und geh schon sofort wieder zurück. Ah. Oh, die Arschlinge. Ich habe eine Frage an euch, Leute. Könnt ihr euch eigentlich an eure Träume erinnern? Oh, das ist ein Scheiß. Aber wir arbeiten können jetzt zwei Leute, die sagen, die wissen nie, was sie träumt haben. Und dann haben wir gesagt, krass. Manche Träume kriege ich auch nicht mehr zusammen, vergesse ich auch ziemlich schnell dann wieder. Aber die meisten weiß ich dann schon mal im Kopf. Manche haben wir vor Jahren... Habe ich Heilkräuter? Nee. Keine Heilkräuter, die von uns. Ja, meine ich, ich habe gar nichts. Am unheiligen wenig, wenn man die immer träumt, sich so real anfühlt. Boah, das nervt hier. Wo ist denn das? Nichts. Irgendwo haben wir nichts. Der Katar schlägt. Und Schmerzen. Oh, Dr. Leo. Das heißt, wir müssen uns dann in seine Traumwelt gehen. Ist ja auch nicht. Was? Das ist eine Scheiße wieder. Gar keine Traumwelt. Früher schon, da konnte ich nicht mehr. Das gibt ja Basten, die nervt hier. Aber träumt du schon trotzdem, Admin, oder? Ich mag drei Meter. Ah! So, wie kann ich da jetzt rum? Schau schon mal da hochgehen, Chris. Hoch. Hoch, Süße. Da geht's runter, ne? Da ist schon da hoch. Ah, echt da? Aber ich sterbe ja hier. Guck mal, wie viel Schaden mir das macht. Das ist ja völlig dumm scheiße. Du kannst nicht zurückgehen, ne? Kein Plan, ob ich träume, ist alles schwarz. Oh. Hä, was war denn das jetzt dumm? Warum bin ich nicht runtergegangen? Weil wir wollten das aktivieren doch nochmal. Was? Wo denn? Haben wir das schon gerade gemacht. Oh, Michael, du rittst völlig daran vorbei, was ich... Du rittst völlig daran vorbei, an dem, was ich will. Da war links ein Knopf, den ich drücken wollte. Ja, was war ja... Wo haben wir den aktiviert? Du hast ja für den Rechten aktiviert. Hä? Mein Gott. Das ist ja schlimm, ey. Wir können mit der Pflanze da oben quatschen. Vielleicht schenkt sie uns was. Können wir... Wir können es aber auch nicht machen. Okay, muss ich. Ah, ich hatte mal einen wunderbaren Traum. Da war ich im Urlaub irgendwo in der Südsee. Es fühlte sich so real an. Dann bin ich aufgehauen und hatte... Und damals hatte ich so Palme über mein Bett und hab das Dachfenster der blauen Himmel gesehen. Ich dachte, hör mal, ich wär wirklich da. Oh, das war schön, Alex. Oh, okay. Ich hab ja auch mal so einen coolen Traum. Da war ich aber auch mit... Da war ich aber nur... Was ist denn das hier? Ich verstehe nicht. Ich hab keine Treppe runter. Mit der Jugend, mit irgendwie... Mit der Klasse. Wir haben auch so schöne Meergeballer. Alles weiß ich auch. Das ist nicht unsichtbar. Von Video spielen drei Jahre auch. Das ist schön, Alex. Ja, ich hab... Das ist schön, aber... Super! Achso unten. Einmal hoch, einmal rechts, runter. Hier, ich da. Oh, da weint jemand. Ich guck jetzt. Hat er Wasser? Oh! 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 Treff ich jetzt wirklich nicht? Scheiße! Ah! Was? Oh! 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 So, I don't know. Können wir jetzt zurück? Äh, nein! Warum? Was ist das jetzt? OI! So ne Zwischendingen Ich habe Nein gewählt! Ich habe jetzt nicht verstanden Oh, ging es jetzt noch weiter oder nicht? Ach, Mann So ein Dreck Ich dachte, ich hätte Nein angewählt Aber Wir haben ja Shortcuts zum Glück geöffnet Ja, fickt euch Ach, die anderen wegnehmen sollen Ich wechsle oft Soulblazer mit Skyblazer Ja, wenn ich über die Spiele rede Das ist mir auch aufgefallen ist Skyblazer Und anderes spielst du, wenn du spielst Kann ich das? Nee Bist du gestorben? Nee Okay Was ist denn hier jetzt noch? Ich finde, sein mutiger neugieriger Ach, fuck hätte ich hier rüber können Nee, warte mal So nämlich Da wollte ich vorhin hin Okay, muss ich mal gucken Befreit eine Treppe Mhm, war richtig, dass wir nochmal hier sind Teurer als Soulblazer Oh, aber auch besser als Soulblazer, Fragezeichen? 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 Oh Was geht's da? Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt Gute Frage Komm Prostert Ist ja, als würde es jeder nur vom Namen her kennen Aber nicht vom Inhalt, oder? Bin ich da richtig Oder bin ich falsch? Was sind das für lusche Video? Oh Kehrschauken, oder? Oh, die sind alle so schnell irgendwie So, läuft doch Guten Abend Hallo Coco, schönes Da bist du auch Oh, meine Tür Ui Hier haben wir da schon wieder Türen, mein Türen Nö, war nix, oder? Okay Muss ich durch jetzt Ei, von hinten Ja, ich find Ich find sanfter Englisch lecker Ich brauche eigentlich nur Vanille-Eis Und Orangen-Sack Oh, ne, weil ich könnte noch Sahne drauf machen Aber krieg' auch offiziell nicht drauf Schmeckt gut So ein bisschen erfrischen, irgendwie Was sind die Pelle? Oben vielleicht Oh, auf einmal Ah, yo Das sind die Putzropper, das Okay Heute Mhm Modell der Stadt Okay Was ist das jetzt? Wegen nach Zurück, was soll ich denn? Ach, willst du zurück? Okay Jetzt gehen wir zurück, Chris Und sprechen mit der Maus, mit der Pflanze Und allem möglichen Okay Okay Und wir genießen es, aufgefüllt zu werden Die Marза da oben zum Beispiel Ich bin eine kleine Und die Pflanze können wir noch fatschen Das Zimmer im zweiten Stock ist Es gab einmal zwei Modellstädte in seinem Zimmer. Viele Lebewesen wurden von den Modellen verschluckt. Würdest du bitte die Katze aus dem Raum bringen? Ich fürchte mich zu sehr vor ihnen. Ja, nee. Katzen müssen auch mal essen, um zu leben. Okay, ich sage nur das Gleiche. Wo war die Modellstadt? Rechts. Hoch. Hoch. Rechts. Raus. Du musst über die Brücke, Chris. Oder ist es auch mit dabei? Mein Körper ist gefangen. Ja, du musst auch mit dabei sein. Ist okay. Ich bin dabei. Danke. Hier ist das Modellplänchen. Chris wird von dem Modell verschluckt. Äh, okay. Hast du einfach die nächste Welt? Ah, ah, ah. Du kleiner. Ich will hier mit dem Ding rumstechen. Hey, aber du bist schon weh. raus die krieg ich hinterher? Ups Tatz mich zerpreselt vereile dich nicht zu sehen weil geduldig meine Stärke ist ich bin doch hier oben mit der Katze Chris magst du mit der Katze reden, ne? Achso Ach, ich bin irgendwie lustig Chris, schnell! Komm Es wird hier spannend, süßer Wir hatten die ganze Zeit, glaub ich, Hike und wir hatten keine Heu gegründet, okay Wir können auf Chris warten Chris, Geschichte von Dr. Leo, komm Nein Nein, Chris ist verschwunden Christian? Klick jetzt weiter oder warte? Ich kann warten, aber Schöne 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 Ich kann die benutzen Christian Was ist? Schmisch? Ist das von dir? Vielleicht Hä? Vielleicht, ja Also Chris, schau mal, ich bin jetzt auf die Katze Schöne Ich bin jetzt auf die Katze König König Mitgrid möchte Sie sofort sehen Wenn sie ihm erlauben Einen Pakt mit Deftal zu machen König Margret weiß nichts vom Wert des menschlichen Lebens Sogar das kleinste Lebewesen hat eine Existenzberechtigung auf dieser Welt Wenn die Bäume auf dieser Welt in zwei Hälften zerschnitten würden, würde sich der Sauerstoff vermindern und viele von uns würden sterben. Satanos. Philosophie fast. Wir tun das, was König Margret uns sagt. König Margret trifft alle Entscheidungen für uns. Gleich gesehen, aber... Hey, es wird Zeit. Sie lieben ihre Tochter Lisa, nicht wahr? Sie lieben ihre Tochter Lisa, nicht wahr? Okay. Wenn sie gehorchen, wird ihr nichts passieren. Wir werden draußen im Luftschiff auf sie warten. Kommen sie heraus, wenn sie bereit sind. Was denn? Ist das Dr. Leo, oder was? Das ist ja auch so ein Freak. Vergib mir bitte. Die Welt wird früher oder später sowieso zugrunde gehen. Ich kann nicht mehr viel machen. Oh, Meister, bitte hilf mir. Oh, Deftal, oder? Okay. Chris, es gibt ja das Thema Disk Rot. Also, dass sich die Schicht nach vielen Jahren verändert und beschädigt sein kann. Hast du sowas auch schon mal über Modulplatinen gehört? Ne, habe ich nicht. Aber ich habe es auch noch nie erlebt, dass Disks roten. Es gibt Disksbeschädigungen und so weiter, das ist klar. Aber das ist von Natur aus verrottet. In der Case habe ich auch nie erlebt. In der letzten Zeit träume ich immer von Dr. Leo. Wie ein Bikini, äh, das ist jetzt nicht. Ich habe mich gefürchtet, als er verschleppt wurde. Ich habe mich versteckt. Oh ja, ich werde dir diesen geben. Ich werde dir dies geben. Dr. Leo hinterließ das. Chris erhält einen Türschlüssel. Ah. Da gibt es zwar... Ja gut, mit Läsendings habe ich ja nichts am Hut. Das ist ja das Ding. Aber ich habe es auch schon bei jedem... Es soll es ja überall geben. Gelesen habe ich davon. Aber erlebt habe ich ihn noch nicht. Oder gesehen, sage ich mal. Sieger-CD ebenfalls. Boah, okay. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Sieger-CD-Spiele, muss ich gestehen. Es gibt so Verfergungen bei Blu-Rays zum Beispiel. Das sieht dann so Gold aus. Und bei CDs gibt es so kleine dunkle Punkte. Na, wenn das verrottet, vermute ich halt, dass es eigentlich löchrig wird. So, ne? Dass halt irgendwie diese Silberschicht in der CD halt irgendwie rottet. Keine Ahnung. Aber so genau bin ich da halt auch nicht informiert. Aber klar, bei Platinen und so weiter gibt es es nicht. Aber da kann es halt immer wieder passieren, dass kleine Bauteilchen wie Transistoren oder kleine Widerstunde sich verabschieden und so. Das könnte halt auch passieren. Also so unanfällig sind man du da halt jetzt dann auch nicht. Die Kontakte natürlich. Michal, langweilsthema, okay. Dann mach weiter. Ne, erzähl doch weiter. Ich kenne das nicht, das Grott. Ja, das Öffbarmodul habe ich noch da. Der aktuelle Zustand ist, wie gesagt, ich habe die Platine, diese Knicke, habe ich glaube schon mal erzählt, habe ich wieder gerade gebogen und alles. Es geht jetzt nur darum, halt die Verbindungen, die Leiterbahnen, wieder Verbindungen zu schaffen. Also, ne? Entweder mit Lötschen irgendwie oder mit Brücken zu machen und so weiter. Aber so weit ist, äh, diese, wie gesagt, diese abständigen Knicke von der Platine sind gefixt. Und so. Das wäre jetzt quasi so in einem Stück wieder. Aber halt eben, äh, die ganzen Brüche in den Leiterbahnen sind halt nicht gefixt noch. Ne? Im Gefängnis. Könnte ich auch mal wieder weitermachen, ja. Aber das ist zurzeit viele andere Themen. Ich habe hier keine... Genau. Es steht sogar in der Anleitung drin, von den jeweiligen Spielen, dass man das nicht tun soll. Manchmal sogar auf der Rückseite von den Modulen, glaube ich. Dass man eben nicht reinpusten soll. Offiziell von Nintendo aus, ne? Aber es ist halt so ein Kultklassiker-Move, den halt viele dann lieber doch noch machen. Manchmal mache ich es auch zu... äh, rein aus... aus Schnelligkeit. Ja, weil... Man kann natürlich mit... Man soll natürlich mit etwas Feuchtem über die Kontakte fahren, dass man die sauber macht. Und so weiter. Aber es dauert halt meistens dann doch zu lang. Aber wenn man sich mit so anfeuchtet, dann geht halt die Feucht noch mit ins Modul rein. Das ist halt schlecht. Süß. Weil Feuchtigkeit bringt gleichzeitig, äh... Leider die Strom, oder? Ne, rost mit sich. Ja, deswegen macht man es feucht, genau. Aber es rostet halt irgendwie da alles schön. Aber wenn ich es mit Wasser feucht mache, dann mache ich es ja auch rostig, oder? Ja, Michaela, aber du... guckst halt, dass du dir die Kontakte so sauber machst, dass du eben nicht ins Modul rein gehst, die Feuchtigkeit. Aber wenn du reinbläst, geht die Feuchtigkeit ins Modul rein. Wo ist er eigentlich? Wer? Michaela, wo ist dein Perlenbügelbild? Achso, stimmt. Frederik. Schubladen. Hol ihn mal. Was war das jetzt? Was ist das für ein kleines Häuschen hier? Hier, Tourstadt. Ach, was ist denn das in der Maniaturstadt? Hier ist mein Held. Der ist ja lustig. Von Salt Laser. Hier, Michaela, hier. Guck mal hier. Wo noch Licht ist, irgendwie. Kugel, wie fest. Spiel, warte. Boah, der Kugel hat sich ja gar keine schwarze Branden machen, zwar ist es zu dunkel geworden, oder? Ne, passt so. Der Mundschrank, Chris, warte ich's. Bögelkönig, oder? Aber ich muss sagen, Maisen, irgendwie ein bisschen... Die halten manchmal nicht so gut zusammen. Muss immer so rabiat sein, irgendwie. Von der Alexander, der ja Chris kauft, ist irgendwie cooler. Naja, macht nix. Und schon wieder drauf gegangen, ist immer peinlich. Aber ist natürlich auch schwer. Oh, es kommt ein kleines Windchen rein. Geil. Mein Rücken tut mir von vielen Sitzen schon ganz weh. Ich sollte mich aufraffen und trainieren. Sagte der Schrank. Das trainiert er auch noch. Ich schreck die Leute, wenn wir uns bewegen. Aber wir trainieren noch. Ach so. Oh, süß. Macht weiter. Jetzt ist Tür mit Schlüssel, oder? Ne, die war auch unten, die Tür. Ja, ich hab versucht, hinzukommen, wenn er... hat er aber nix genützt. Der Schlüssel hat nicht gepasst? Okay, für was ist der Schlüssel dann? Weiß ich nicht. Vielleicht werden wir da weiterkommen. Es hat heißen, es gab zwei Mini-Waltöe. Das ist dort! Da waren wir doch grad drinnen, oder? Ja. Aha. Da unten war noch ein Knopf, oder? Ja, da kommen die... Da muss gucken, dass die da rüberkommt, irgendwie. Okay, dann hast du schon mal Schutzhüllen für deine SNS-Spieler nachgestellt. Äh, wie meinst du jetzt? Schutzhüllen? Ich mach jetzt nur noch Acryl, sag ich ganz ehrlich. Ich kauf jetzt keine Plastik-Schutzhüllen mehr. War nicht für Pillow-Spiele von dir? Ja, weiß ich nicht. Ich hab ja noch Reserven. Aber eigentlich ist das Ziel alles Acryl. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Chris ist irgendwie, weil es auch schreckt. Aber es ist so geil aus. Es sieht voll geil aus. Ich kann mir das kaufen. Ach so, mal kurz. Chris, hast du mal die... Die Acryl-Schutzhüllen für deine SNS-Spieler nachgestellt? Nee, ich hab noch ein paar. Tatsächlich hat sich ein Drama aber abgespielt. Und zwar hab ich die ganz dumm ins Regal gestellt. Am Anfang. Und eines Nachts hat es plötzlich gerumpelt. Stellt sich raus. Die sind vom Regal oben runtergefallen. Da sind jetzt, glaub ich, ein oder zwei Acryl... Äh, Acrylboxen. Kaputt. Eine hat einen krassen Riss. Und bei der anderen ist auf jeden Fall was weggebrochen auch, ne? Ich mein, man kann sie immer noch benutzen zum Schutz. Dann ist halt 70% nur noch geschützt, weil halt Riss und... Ist aber unschön halt, ne? Aber, ja. Das war ein Fehler von mir. Von daher muss ich auf jeden Fall nochmal nachbestellen. Und, ja. Aber ich hab immer noch ein paar, die gut sind. Ne? Demons Quest ist gut versorgt. Keine Sorge. Und der Rest auch. Ne, also das war schon sehr hoch. Das war schon einen Meter... Also, locker... Ob die das aushalten sollten, weiß ich jetzt nicht, ja? Könnte man kritisieren, aber... Ja, es war ärgerlich, auf jeden Fall. Oh, ein bisschen voller Schrockenkreuz war echt der Mensch. Aber es war... Aber vor allem... Die waren auch noch in Folie drin, glaub ich. In dieser Luftblasenfolie. Aber trotzdem... Es kommt halt darauf an, wie die aufkommen. Wenn die auf was Spitzes aufkommen oder sowas, dann ist halt kaputt. Und die Lackheit liegt halt immer viel Zeug rum. Das war schon dumm von mir, auf jeden Fall. Panzeracryl! Ja, klar. Man lernt aus Fehlern. Dann nochmal... Nochmal. Fünf Zentimeter dick. Aber dann passen sie nicht mehr so gut. Dann passen sie nicht mehr so viel ins Regal rein. Stimmt. Also, nachbestellt hab ich keine. Auf jeden Fall. Ich hab noch Reserven von der ersten Bestellung aus. Hab ich grad ein Level gekriegt? Bitte? Hab ich grad ein Level gekriegt? Okay. Danke. Panzeracryl. Oha! Naja, aber das ist schon ein Unterschied, äh, normal. Wie das schön im Regal glänzt. Komm! Dein Loch im Boden, aber dafür Hülle-Safe beim Sturz. Das stimmt, genau. So ein Backstein einfach. Was sind das für Spitzen? Wer macht die? Mir geht's aber ganz schön ab, Michaela, ne? Die kommen von alleine, Michaela. Das sind Fallen. Ach so. Die macht niemand, glaub ich. Das sind ganz simple Fallen einfach. Genau, du musst die zu dir locken. Aber irgendwann musst du halt auch zu nem Schalter hin. Geh da nicht rein, Mensch. Lock die zu dir einfach. Die kommen doch von alleine. Guck doch. Also, mit Ehrlichkeit's, aber auch anders würde ich sagen. Das sind schon ein bisschen schüchtern, die Männer. Und Wasser, Eis, esse ich ganz viel. Zu Temptation Islands. Beste. Das Beste. Wasser, Eis und Temptation Islands. Gesehen? Das Beste. Bei der Hitze auf jeden Fall Beste. Nicht bewegen. Wassereis und Trash-TV. Ich finde es gut, dass du deine Spiele pflegst und schützt, Chris. Es gibt Leute, die legen eine Disc nicht mal in die Hülle zurück und lassen sie am Tisch. Hat das ja mal früher gemacht halt immer. Keine Ahnung, es war halt, ja. Aber das habe ich noch nie gemacht. Also, ich habe es früher nie gemacht. Ich habe Spiele immer zurück in die Verpackung getan, wenn ich sie nicht mehr spielte. Aber so auf CDs, das war eh klar, dass die Kratzer kriegen und so weiter, ne? Also im Zähler, glaube ich, macht das heute keiner mehr, weil nämlich keiner mehr physische Medien hat. Das ist schon mal das. Wenn es einen Sammler macht oder irgendjemand, der noch ein bisschen was mit denen zu schwärtscht und zu weisen, dann ist es schon dumm, ja? Aber ich glaube, heutzutage macht es kaum noch einer. Aufgrund von nicht vorhandenen Medien. Wir haben es ja mitbekommen, Sony legt das Werk lahm anscheinend ein bisschen, für physische Medien. DVD in Blu-Ray. Es wird immer, immer weniger. Ach so, okay. Nee, jetzt. Nee, okay, keine Ahnung. Ah, guck mal her. So, machen wir es jetzt. Das ist ein Foto von Jesus, du kannst ja kratzen. Ja. Was, von Jesus? Auch von Isos. So. Es ist jetzt auch so, ich finde es ein bisschen unpassend, aber wir machen es natürlich trotzdem, wegen vier, muss ich sagen. Da wir jetzt diese heißen Monatsommermonate haben, dass wir jetzt im Sommer vier spielen, ist halt thematisch ein bisschen unpassend, da es da ein Horrorspiel ist. Und es vermutlich viel dunkel sein wird und so. Äh, weiß ich nicht genau. Jetzt sind es natürlich durch, aber im Winter wäre es glaube ich besser gewesen. Du sagst, der Chris jetzt nur weil er angst hat. Aber bedeutet das dann auch, dass wir zweitens keine Blu-Ray-Filme mehr kaufen können? Du, ich glaube, das ist schon, ähm, das für 2025 schon alles vorproduziert ist. Ich glaube, was da erscheinen soll oder sowas, das gibt es alles, glaube ich schon. Ähm, oder keine Ahnung, auf jeden Fall wird es jetzt so nach und nach erst weniger werden. Chris hört, wie die Tür mit sich selber spricht. Ich sehe, ich sehe Maschinen, die Bomben in die Modellstadt werfen. Da muss sie jetzt nachher durch. Aber das sind Bomben. Dann werden Firmen wie Limited Run auftauchen und Spiele und Filme anbieten. Sie müssen dann halt nur diese Sony gebürt sein, oder? Das kann durchaus Sauen, genau. Sauen. Sein. Ähm, ich weiß nicht genau, aber genau bin ich ja nicht im Bilde, wie das abläuft. Äh, die müssen es aber auf jeden Fall produzieren. Hat eben auch Silber, dann haben wir keine Ahnung, wie das gemacht wird generell. Da wäre mal ein Doku nice, ne? Oder irgendwas, wo man mal sehen kann, wie Limited Run und solche Firmen arbeiten. Wie die das in Produktion geben oder was. Oder wie das produziert wird generell an ganzen Sachen. Und wie das abläuft und so, das wäre mal interessant. Also Savage ist echt mittlerweile hart. Das meine ich ja eben genau. Es wird jetzt nicht von einem Tag oder von einem Jahr aufs andere die Blu-Rays und DVDs verschwinden. Das wird so nach und nach, wie gesagt, weniger werden. Stück für Stück. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, ne? Ja, es wird halt, äh, Diss und Dinger werden halt immer Special Editions sein, ne? Das ist halt das dann. Also die werden schon, wenn schon bleiben, bis in die, die physischen Medien. Aber halt eben nur noch teuer in, äh, äh, teuren Collected Editions halt eben. Grüße gehen übrigens raus nach alle Zuschauer von Soulblazer. Die Videos laufen für unsere Fältnisse sehr gut. Dankeschön. Äh, ich glaube über 200, das letzte Video. Wow, weil wahrscheinlich mal so viel. Views bekommen. Schade, dass es trotzdem nur so wenige Däumchen gibt, aber trotzdem danke. Fürs zumindest schauen. Äh, fand ich überraschend. Aber klar, Soulblazer, äh, nee, klar ist eigentlich nicht, aber wir haben schon viele Spiele gespielt, die nicht so bekannt sind, aber Soulblazer ist halt auch nicht so bekannt. Aber da scheint es eine Community zu geben. Richtig, eine Soulblazer-Community. So. Ah. Ich gewahre diese Welt. Bitte nimm das. Aber Chris, werden die alten Videospiele dann noch teurer werden, oder werden sie dann reine Nische? Ja, das, äh, gerade weil sie zur Nische werden, und das wird sie ja teurer machen noch, ja? Also ich denke, günstiger wird es selten was werden. Ein paar Sachen wäre ihr Standardpreis behalten, aber grundsätzlich, glaube ich, wird es natürlich dann so aussehen, dass die physischen Sachen... Oh. Maxina regnet, er ist schön. Bei uns hat es vorhin geregnet. Es war toll. Also ich spazieren war. Regen ist toll. Regen und Wind. Sturm. Mein Regenschirm damit. So. Erzähl mal ein... Aber Michaela, es fällt ein bisschen... Ah, ne, er hat einen roten Punkt, okay, ja. Der rote Punkt in der Mitte auf seiner Stirn, ja. Der ist ja da. Ja, ja. Von dem gibt es gar keine richtigen Sprites, wenn das heißt. Sprites. Sprites, ja. So, wir haben vor, wie lange zu streamen heute? 22 Uhr... 30. Oder? 1? Ja. Okay. Chris, hier. Bei mir ist es erstmal vorbeigezogen. Chris kriegt ja kühle Luft rein. Ja, schön für dich, Edmin. Wie ist es denn mit einer Playstation 6, falls sie nur noch digital ist? Wirst du da mitgehen, Chris? Ey, es ist halt... Natürlich werde ich früher oder später mitgehen. Es ist ja nicht so, dass ich es nur aufgrund von der... von physischen Medien und sowas... Ich meine, ich habe ja, wie gesagt, ich spiele ja Wiederspiele schon seit... Keine Ahnung, seit unter 10 war irgendwann. Von daher Wiederspiele werde ich immer mögen und spielen. Klar ist die Darreichungsform ein wichtiges Thema, aber trotzdem, ich werde deswegen jetzt nicht das Hobby aufgeben oder keine Ahnung, das nicht mehr verfolgen. Nur weil sich halt die Medien jetzt verabschieden, also die physischen Medien. Das ist dann doch schon immer ein bisschen... Man muss auch mit der Zeit... Die Videospiele sind halt trotzdem interessant für das aktuelle. Klar, also, ja. Es wird schon weitergehen, ist natürlich schade. Aber deswegen irgendwas boykottieren oder aufhören würde ich jetzt deswegen nicht, also... Ich will trotzdem noch, äh, keine Ahnung, wer sind die Evils und anderen Kram spielen. Aber könntest du dich von den Modulen und Discon betrennen und... Also, es ist halt... Der aktuelle Stand ist ja so, dass es halt seit Beginn der Videospiele gab's ja Modulen und CDs und das ist so viel mittlerweile, dass es auch jetzt das Sammeln im Nachhinein immer noch möglich ist, ne? Bloß halt nichts Neues mehr. Die neuen Sachen werden halt nicht mehr unbedingt dann sammelbar sein, wenn's nur noch digital gibt. Stimmt, ja. Aber der alte Kram ist so viel, wie gesagt. Und da gibt's immer noch viel Interessantes für mich, zumindest, was man halt für sich so finden kann. Von daher bin ich da, bin ich da erstmal so dann, äh, erstmal gut bedient, sag ich mal. Ne? Es gibt immer noch viel zu entdecken und zu sammeln in physischer Form. Allein auf dem NES noch oder so oder andere Plattformen, ne? Das ist, da gibt's eh schon viel auf der Welt. Und das Digitale jetzt halt dann, wird halt eben nicht mehr dann da sein, ja? Aber ich denke nicht, dass mich das irgendwie wird trotzdem sammeln, weiter, physisch. Die alten werden dann noch viel teurer werden, ja? Das genau meint man ja grad. Was sagt die Michaela? Dem großen Schwert kann die gar nicht kämpfen, richtig. Was ist dem großen Schwert? Das Heilschwert. Achso. Chris, wir fahren eine Treppe. Schöne. Aber wenn die Mehrheit nur noch digital will, Alex, dann werden die Leute keine Motoren und Tisses mehr kaufen wollen. Ja gut, Nische halt. Oder Leute, die halt was für die Vergangenheit übrig haben oder sowas. Das wird's halt schon immer geben. Aber es wird halt Nische bleiben. Viele wollen wahrscheinlich auch Platz sparen oder so. Es wird halt Nische werden. Nische? Gibt's halt immer noch ein paar Leute, was die mögen, Bücher zusammen zu haben und zu lesen. Gibt's da auch immer noch. Sieh dir aber mal Alan Wake 2 an. Genau. Der ganze Zeit. Nein, gibt keine physische Version. Aber das hab ich dir von vornherein gesagt, Alex. Weil das ja auch bei anderen Spielen schon so war, ne? Das hab ich von vornherein gesagt. Wenn sich Alan Wake 2 gut verkauft, dann kommt 100 pro ne physische Version. Das ist ja letzt der Weg zu go, ne? Wenn die... Es kommt halt immer auch auf die Firmen oder die Entwickler drauf an, ob die Bock drauf haben. Aber so wird's halt jetzt in der nächsten Zeit erstmal sein, denk ich mal. Wenn sich digital alles erledigt hat. Wenn da die große Kaufphase... Ich weiß nicht, ich hab mal gelesen, irgendwie die ersten sechs Monate oder das erste Jahr von einem Spiel ist halt das Kaufstärkste oder das Verkaufsstärkste. Und wenn sich das halt lohnt, dann kommt nochmal eine physische Version hinterher. So wird es laufen, denk ich mal. In nächster Zeit. Dass halt erstmal digital angeboten wird und dann physisch nachkommt. Außer die Publisher sind nicht bewusst oder haben ein Gefühl dafür, dass sich die physische auch gut verkaufen wird. Dann sind sie natürlich gleich dahinter her. Aber grundsätzlich ist das halt so die Taktik für, keine Ahnung, Indies oder andere Entwickler, die halt nicht so groß sind. Warte mal, wie kann ich denn? Nicht zwei übrig, okay. Ja. Wo war denn noch? Ich geh erstmal zu dem... Bücherlisten sind wieder groß im Kommen, ja? Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch Videospiele wieder dann die physische... Dass es auch wieder so Phasen gibt, weißt. Die 80er kommen wieder, die 90er kommen wieder. Hier physische Videospiele kommen wieder. Das kann auch passieren. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was machst du denn da eigentlich, Michaela? Gibt es irgendwelche unsichtbaren Gegner, die wir haben, mit dem Leben zu erheben? Okay. Wir haben es hier mit unsichtbaren Gegnern zu tun. Oh, aber die... Scheiße, sie sind gemeine. Vielleicht doch mal eine Heilung kaufen? Oder besorgen. Ich kann auch gar nicht kaufen. Ich muss hier zu irgendeinem... Besorgen halt. So. Scheiße, da war's. Okay, ich geh kann's... Ich hab mal gelesen, sie möchten Videospiele wie Netflix vermarkten. Also ohne Konsole, ne? Sondern über den TV-Receiver, also Abo-Modell. Ja, das ist ja das Game Pass. Das ist ja das Game Pass-Ding auch. Das soll ja auch überall verfügbar sein, quasi. Schon über den Fernseher direkt mit Smart TV oder irgendwas. Sollst da schon auf Videospiele zugreifen können. Was ja eigentlich nicht un-smart ist. Es ist halt möglichst wenig Barriere zwischen Kunde und Produkt, ne? Zu schaffen. Das ist ja... Das soll ja die Zukunft sein, einfach, ne? Genau, das soll, dass man nur noch einen Controller braucht. Das ist halt natürlich der Fortschrittsgedanke. Und so ist auch der Fortschritt für den Autonormalverbraucher. Ist halt einfach dann am angenehmsten. Aber es ist natürlich, ne? Keine Ahnung. Wenn man halt jetzt aufweckt in der heutigen Zeit... Dann kennt man das dann nur noch so. Und dann ist es egal. Dann ist das halt die... Für die Leute der Zukunft gemacht. Und jetzt stell dir eine P6 vor, Chris. Die alle... Alle... Oh! Ja. Ich find's ja gut, wenn's die Verfügung steht. Aber die werden nie zur Verfügung stehen ohne Abo-Modell, ne? Ich mein, klar, als... Wenn man seine physische Version irgendwie digitalisieren könnte, so als... Dass man's quasi an digital hat, wäre cool. Und wenn's mich ja nicht langweilen würde, wäre auch cool. Aber ja, so ist es halt. Ne? Edmund, ich glaub, da... Du bist du... Da sind wir halt einfach in der Unterzahl auch. Wir als Kunden... Wir als physische Fankunden. Die meisten wollen digital einfach. Das ist einfach so. Die meisten Kunden sind... Ich kenn auch schon Leute, die wollen digital haben. Ja, viel... Natürlich, viele... Ich hab ein bisschen... Entweder Gleichheit wie ich oder... Seit Jahren kaufe ich ja schon von Leuten... Auf eBay-Client-Sagen Sachen ab, weil die sagen, ja, wir wollen's digital haben. Oder sie haben's digital. Sie brauchen ihre physischen Sachen nicht mehr so. Gibt's auch ganz oft. Da weint jemand. Oh je. Kann man den irgendwie aufsuchen, da der Bomben wirft? Irgendwann muss man hier Bomben werfen. So, dass ihr den Kollegen auch mal wieder seht. Das ist ja groß geworden, ne? Ja, ja. Gell? Mein Bibi, hm? Ganz ruhig. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Da wackeln die Ohren! Nein, nein, ich stöpfe! Nein, nein, ich stöpfe! Ich stöpfe! Jetzt bist du mit Hey-Hop! Oh! Lass dir das nie gründen. Hat's geschmeckt, Cosmo, dein Ochsen-Schwanz? Ja? Ja, du geschmeckt! Super, Schatzi! Super, mein Baby, gell? 15 Kilo! Stramme 15 Kilo! Glaube ich mittlerweile, ne? Jetzt kann ich Cosmo nicht bei dem Kinderwagen setzen. Ähm, dem Einkaufs-Kirchen setzen. Naja, okay. Seit 15 Kilos zu viel. Wir tun das mal runter. Wir tun eh's mal runter. 15 Kilo sind doch nix! Trink dein Erbsenwasser. Erbsenwasser? Ja! So. Mich hast du das halt schon ausgerüstet, oder heilt das nicht so, wie man denkt? Doch, hab ich ausgerüstet. Admin Cook, warte! Tam, tam, tam! Aber es ist irgendwie kacke, man kann nicht richtig zuschleudern. Cosmo! Äh, 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 äh! Lass dir in klein in Ruhe. Ich hab das aufgemacht. Warte mal, bis deren Konten gehackt werden und dann die ganzen digitalen Sachen weg sind. Ja, das ist halt natürlich die größte Sorge für die Zukunft, ne? Die Sicherheit. Die Heckbarkeit. Die Heckbarkeit. Und auch die Lizenzgeschichte, dass man das Spiel halt nicht mehr besitzt wirklich, ne? Dass man quasi nur die Rechte kauft. Zu benutzen und so weiter. Das kennen wir ja alles schon. Genau. Ich hab's gar nicht gelesen gehabt, aber genau, was Alex schreibt hier. Das ist halt die Scheiße. Der Tornado ist irgendwie kacke, oder? Ist ja cool. So, ich muss nochmal kurz zurück. So, wir haben gerade ein bisschen gehalten, hast du gesehen, ne? Edmine. Null. Dann haben wir hier alles fertig, okay. Wie gehen wir jetzt zurück hier? Weißt du das noch jemand? Hat jemand aufgepasst, oder hat jemand alle geschlafen? Ich weiß, er ist okay. Shit. Ach, hier einfach, oder? Nee. Meißchen. Was soll ich gesehen haben, schreibt Edmund? Dass ich ein bisschen geheilt worden bin, als die Monster gesehen hat. Oder Dachwunsch aber nicht. Ja, ja. Ja, in Deutschland ist eh nochmal eine Frage, wie das ist mit dem Gebrauchtverkaufen und so von digitalen Produkten. Ob es da irgendwie eine Revolution gibt, oder irgendwas, oder irgendein Gesetz? Revolution! Weiß es nicht. Ist es irgendeine Kirche, oder ähnliches? Ich bin eine fromme Maus, stell dich hinein und ich werde dich reinigen. Reinigen? Chris fühlt, wie ist sein Körper und sein Haus gereinigt werden. Halt mich! Danke, du fromme Maus. Aber schau mich, das ist doch das Ding, wenn es früher dunkler wird, schläft doch der Hund früher. Sobald es dunkel wird, wird der Hund ein bisschen müder und so weiter, sind wir noch hell draußen bei uns. Deswegen. Vorhin, wo es so geregnet hat, da war es dunkel, da war er müde wieder und sowas, ne? Das heißt, der richtet sich nach Tageszeit. Das ist dann im Winter dann angenehmer, glaube ich. Wo ist er jetzt eigentlich? Auf der Couch schon. Okay. Und verzehrt einen Knochen oder sowas. Einen Männchenknochen? Kommst du voran hier? Ja, klar. Das sieht so aus nicht. Wo macht die Modellstadt? Es gibt zwei Modelle, ich weiß, wie wenn die auch heißt. Ich weiß, dass Dr. Leo zwei Modelle in seiner Stadt, äh, zwei Stoffmodelle hat. Hab ich gelesen vorhin. Das darfst du einfach auf den Kopf hauen. Bam, bam, bam. Das große Schwert ist ein bisschen blöder, aber verhalts mich halt. Stirb. So. Das Wasser sieht irgendwie auch crazy aus. Wie kommt der jetzt da noch raus? Ne, da ist schon ein Bogen. Das ist schon ein Bogen. Achso. Morgen kein Stream. Morgen hat der Christ Spätschicht. Äh, am, was ist dann? Da kommt wieder Fußball für den Christian. Freitag ist Fußball. Weiß ich nicht, ist die Frage. Okay. Oh, Deutschland ist ja raus. Keine Ahnung. Nö. Freitag wahrscheinlich dann der nächste Stream. Mal gucken. Aber wird dann wahrscheinlich Dragon Quest werden wieder. Die Geschichte mit Mathilda hat mich echt mitgenommen. Genau. Die hat mich nach Dragon Quest letzten Folge wirklich noch mit Mathilda hier gehadert. Ich bin nochmal die ganze Geschichte mit Chris durchgegangen, wieso das so und so passiert ist. Und dann, äh, wie gesagt nächste Woche starte ich dann mit vier irgendwann. Das heißt, ich muss am Wochenende auch noch mal in die Intro basteln. Basteln. Wird aber nichts spectaculares, das mache ich einfach so ein bisschen Packung aufnehmen oder was. Fällt mir so ein bisschen die Lust, da mir besonders Müll zu geben. Was? Das soll ich auch noch zu den Leuten kriegen. Ja, das ist halt auch zu spielen. Das kenne ich halt auch nicht, ne? Wenn es Spiele sind, die ich kenne, habe ich dann mehr Motivation zu. Ich könnte den doch nicht gar nicht enttrennen. Oh, ich hätte mein 2 müsste man aber auch dann genau. Wenn nach Soulblatt ist und damit hätte mein 2 wieder gehen, müsste ich auch ein Intro aufnehmen. Tja, wir könnten ja ums rauszuzügen, könnten wir ja noch in die Welt gehen und alle anderen Sachen kaputt haben. Hätte man auch ein bisschen Zeit, muss man nicht so stressig mit dem Ding machen, ne? Ich habe es nicht verstanden. Shit. Lieber Shadow Man 3, was? Achso, Shadow Man 3, ja. Von dem hört man ja nichts mehr. Die Michi hat gesagt, damit das Soulblatt-Spiel nicht so schnell vorbeigeht, damit du Zeit hast. Ne, mach, komm. Kann die Michi ja noch in die Welt gehen. Das soll's, nein, das soll's nicht, nein. Zeitschinden ist keine Option. Was eigentlich mit dem Pop-Schutz passt das, oder? Das ist jetzt der neue Pop-Schutz hier. So. Oh, oh. Jetzt kommen die ja auch noch alle zu mir. Oh, mir tot! Oh, ah, du hast Heilung, okay. Super. Prima, Chris. Okay. Bald kommt es ein, hier zwei. Ja, da muss ich aber auch erstmal passen, ne? Ich spiele ja auch nicht sofort. Streammade, oder was? Alles aus seiner Zeit. Ja. Ja, was heißt bald? Ich glaub August. Äh, was ist denn das eigentlich? Der August ist halt voll gepackt mit Sachen, ne? Stimmt, da kommt Dinger. Boah, ich pack Reise auf Mana wieder, glaub ich spiele das Remake. Fangen wir mal von vorne an. Weil jetzt hab ich mit dem Mädelskippe... Zwischens auf Mana kommt glaub ich auch bald. Ja und? Das kommt ja bald. Dr. Leo ist aber glaub ne cooler Typ, und das ist voll viel Friend mit Tierchen, ne? Peter putzt prima pasta. Apropos putzen. Ihr habt's da blim schonmal gesagt, aber ich liebe meinen Staubsauger-Roboter. Es ist so geil. Jeden Tag wird die Wohnung gesaugt und feucht gewischt von diesem Staubsauger. Und wenn er so loslegt, dann braucht er so eine halbe Stunde bis er alles durch hat. Und wenn du dann so durch den Gangflur gehst und du siehst das Schlafzimmer, der Boden, da ist ein feuchter Film drauf. Das sieht man dann so im Sonnenlicht, ne? Das sieht einfach geil aus. Man hat so richtig schönes Wohlgefühl von Sauberkeit in der Wohnung drin. Ohne selbst aktiv sich da dann abgeragert zu haben, ne? Das ist geil einfach. Klar. Aber er gibt sich wirklich Mühe in alle Ecken zu kommen und so. Er kriegt aber natürlich... Er kriegt nicht alle Ecken und so weiter. Aber trotzdem ist es einfach ein Wohlgefühl. Kann man ja mal so drüber putzen. Es ist ja ein Wohlgefühl, sag ich einfach. Das ist toll. Haare, Kekse und alles. Das ist sicher... Das Gute ist das Schlimme daneben. Man muss natürlich das Wasser immer wieder auffüllen. Und die Bürsten von den blonden Haaren befreien. Die da rum sind. Übrigens, Michaela, vorhin ist er ins Kämmerchen gefahren. Der eiskalt ist... Die Tür war offen. Dann ist er über diese riesen Huppel drüber gefahren, anscheinend. Weil plötzlich gab es eine Fehlermeldung, dass er hängt oder irgendwas. Und dann bin ich hin. Ist der im Kämmerchen drin? Hat er feucht gewischt im Kämmerchen. Alles war nass. Sieß. Und dann... Und dann hat sich noch so diese Fäden von diesem Teppich da... Oh, der Arme, ey. Das war eine riesen Sauerei. Das rauszufischen wieder alles. Das ist klar. Aber ansonsten sind es meistens blonde Haare, die dann da durchgeschneiden muss. So ein bisschen durch die Bürsten und so weiter. Ein bisschen pflegen muss das Gerät halt so. Aber grundsätzlich hast du nicht so einen Act hier, den Boden, wenn der Boden feucht fischt oder sowas. Das ist schon cool. Wukong Strong. Was heißt Wukong Strong? Über August kommt auch das Lieblings-Affenspiel von Xena. Ja, Wukong. Ist doch cool. Das sieht gar nicht aus. Das soll doch ein bisschen an die Story von Journey to the West irgendwie erinnern. Also die Reise in den Westen. Ja, Chris Kostmann hat... Knochen hat er. Er hat nur Knochen. Hoffe ich. Hey, ich bruch halt gerade lecker. Jetzt hast du jetzt beunruhigst du mich gesehen, ne? Ich baier mal zwischendurch. Oh, das hat doch ein Knochen. Malen. Was ist alles, Chris? Ich hab doch Heilkräuter gefunden. Oh, Chris! Ich kann doch aufspüren. Chris komm schnell! Es geht weiter da unten! Oh! Ich habe ganz vergessen, dass man mich gar nicht mehr hört und ich bin im Knochen. Was? Was die Katze sagt. Kann ich mit der Tür reden? Mit der Katze? Türen sind für gewöhnlich sehr ruhig, aber es gibt ein paar sehr geschwätzige. Versuchen wir mit allen Türen zu reden. Wukong. Nee. Wukong ist auf jeden Fall... Hat einen guten Eindruck gemacht, aber naja. Nimm die magische Rüstung aus meiner Schublade. Oh, danke, Herr. Mystische Rüstung. Was denn? Unbesiegbarkeit. Ich werde in längeren Zeitabständen kommen. Die sind so süß, als wenn sie immer so machen, die Tiere, ne? Das hat man letztes Jahr ja auch, dass so viele Sachen... Oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, wo so viele Sachen erschienen sind. Ne? Aber sie muss aber so. Deswegen... Nicht unter Druck setzen, nur weil die Sachen neu sind. Weiß ich nicht. Dem habe ich mich ja schon lange entzogen. Wie redet ihr denn mit den Türen? Immer die aktuellen Sachen spielen zu müssen. Ist ja was voller Hundehaare hier jetzt. Auch wenn ich so... So komme ich auch aus den Wolken wie du. Lass mich wie dich begleiten. Die Seele wäre, die ermöglicht unsichtbare Feinde zu sehen. Begleitet dich. Also, jetzt kann sie unsichtbare Feinde sehen. Oh, die Tür war weg. Fischi Kiri machen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. 29.8. Visions of Mana, genau. Sehr gut, Alex. 20.8. Black Myth. Wukong. Ich glaube, es wird solide. Also nach dem letzten Stand, aber man muss halt abwarten. Wirklich abwarten. Viele werden sich an Kleinigkeiten vielleicht aufhängen. Aber grundsätzlich wird es klar. Oh, das ist ein geiler Effekt. Guck mal. Bleiben wir stehen. Bleiben wir stehen. Guck mal, dieser geiler Verwisch-Effekt für Super Nintendo. Voll geil. Die Michaela bleibt einfach nicht stehen. Doch. Ich träg mal was. Das sieht cool aus. Nicht wie eine Lupe, aber einfach so verschwommen. Cool. Für Super Nintendo geil. Stalker 2 kommt da noch. Astrobot, ja. Da war da noch mehr. Schießt du? Das sind die Drecksviecher. Ach, die schießen. Ah, das ist aber auch wieder servieren, ne? Ach, das ist aber auch wieder servieren, ne? Michaela, das war auch schade. Jetzt. Zelda, Echoes of Wüste. God of War, Ragnarok. Genau. Alone in the Dark. War zum Beispiel flop. Aber das war abzusehen. Das war ja nicht schwer. Abzusehen. Meiner Meinung nach. Das hab ich mir von vornherein gesagt. Das ist für mich halt vom Setting ja auch nicht so interessant aussieht. Was? Alone in the Dark, das letzte. So. Dragon Ball Sparking Zero, okay. Die sind halt auch so flüssig. Hier. Was ist mit Dragon Quest? Dragon Quest dann noch? Irgendwann im November war erst, glaub ich. So extrem schlecht war das nicht, okay. Er hat eine Schublade mit Kisten. Äh, eine Kiste mit Schublade, meine ich. Der Hund ist weg. Ich muss ihn verfolgen. Verfolgen sie ihn. Das wilde Ding. Hey. Da ist Wasser. Kein Erbsenwasser. Das mag kein Erbsenwasser, das kleine Erbsenwasser. Das ist gesund. Guck mal wie gesund das aussieht. Trinkst du doch halt das kleine gesagt. Das ist Erbsenwasser, seht ihr? Oh mein Gott. Das ist Cosmos Trinkschüssel eigentlich für die warme Tage. Da hab ich vorne eine Erbsen rein. Aber er frisst sie leider nicht. Habt ihr das überhaupt gehört? Jetzt hab ich wieder nicht ins Mikrofon geredet. Cosmo, komm mal her. Schau mal Leute, die Stahlern können wir auch alle kaputt machen. Ne, mag er nicht. Aber es kann auch nicht sein, dass Resident Evil Spiele als Survival Horror funktionieren. Du, Xena, da gibt's in der Indie-Schiene gibt's ganz viele Survival-Horror-Sachen, die funktionieren. Ich glaub, weiß ich nicht. Es ist nur, was man so im Standard-Mainstream bekommt. Aber ich glaub, ganz viele Horrorspiele sind doch eh viel zu viele auf dem Markt. Sowas gibt's ganz viel, glaub ich, Kram, der halt nur nicht so in der Öffentlichkeit steht. Oder untergeht halt eben. Aber ich glaub, da gibt's ganz viel anderes, was noch funktioniert. Und was ist los? Ich bin nicht langsam müde. Aber gute Christi, sie sich auch super spielen. Warte, wie hab ich sie angeift am Finger, wie niedlich. Shadow of the Dams hab ich auch schon lange im Kopf. Wollte ich auch schon länger mal spielen. Und wenn jetzt ein Remaster kommt, dann brauch ich das auch erst mal nicht spielen. Ja, gell? Kleiner Hund. Aber gute Christi, sie sich auch gut überspielen. Ja. Ich glaub, sie lassen sich jeweils auf ihre eigene Art doch schon gut überspielen. Viele Horrorspiele sind ja auch ego, ne? Deswegen. Na, Hund. Ai, ai, ai. Gell? Ja. Ja. Slendermann ist aber auch schon zehn Jahre alt, jetzt mittlerweile, glaub ich. Gell? Komm her. Oh, das ist ja ein Eingangsschwing war. Slendermann ist überhaupt nicht mehr aktuell. Ich hab die Angst aus Lendermann. Oh, das ist ja ein Eingangsschwing war. Hast du Angst vor Schlendermann, Christian? Ja, das war krass. Der war krass. Soll ich nicht wundern, ich schreichele den Hund hier unter mir. Deshalb bin ich so gebückt. Lässt sich hier grad ne so ne Nackenmassage geben hier von mir. Der Nacken ist auch wichtig bei dem Hund, weil der immer den schweren, sturen Kopf ertragen muss den ganzen Tag. Deshalb muss da auch mal regelmäßig was massiert werden. Jetzt wird mal ne Wade abgeleckt. Schon toll, oder? Ja. Ein bisschen feucht. Mag nicht jeder feuchte Warten haben. Okay, dann haben wir hier alle, aber alles bis die Null Null. Hat kurz die Fußsohle erwischt. Gell? Ich muss mich halten. Das mögen wir. So warme Ohren hat der, ist unfassbar. In dieses Zimmer gehört einer Puppe namens Marie. Sie hat mir viel über ausländische Städte erzählt. Ein Mädchen namens Lisa hat sich um sie gekümmert. Oh, Lisa. Das ist ihre Tochter. Wenn sich in einer Kiste nichts befindet, dann bedeutet sie auch nichts. Dann bedeutet sie auch nichts. Gell? Mhm. Kannst du sie nicht? Gib ihnen halt mal einen Knutsch, ja. Das Problem bei dem Hund ist, man muss ihn wirklich ins Bett aktiv bringen, weil von alleine geht er nicht ins Bett. Der legt sie ja immer irgendwo hin. Dann geht er wieder auch anders hin. Das ist ja unruhig, ne? Der muss quasi ins Bett gebracht werden. Michi, der Istanbul steht mittlerweile ganz verheilt. Man sieht nur so ein bisschen, das ist wie so einen blauen Fleck, ne? So was. Ein bisschen Reste hat man noch optisch, aber geschwollen ist nichts mehr, glaube ich. So ein dunkler Sonnenfleck. Boah. Wie süß er immer guckt irgendwie. Was? Wie süß er immer guckt. Ja. Geh, Schatzi, geh. Also weil er die Plus haben, soll man Martin Rütters die Welpen kommen, empfohlen, ne? Dann werdet ihr euch aber einen Hund holen, sag ich euch. Oder auch nicht. Stimmt, dann werden euch die positiven, aber auch die negativen Seiten gezeigt, ne? Ich will da rüber, wir kommen mit der Pflanze. Ich bin da hin. Ich geh gleich zurück und du Batsit-Gaming machen, Christian. So, dann hockt er auf meinem Stuhl, der Cosmo, ist jetzt vielleicht... Ne, in der Richtung, so. Huckt er da und guckt. Süß. Ist ja Bossfight. Achso, die Musik ist immer so Bossfight-mäßig. Jetzt rennst du wieder da rum, musst du. Da kommst du bestimmt nicht dahin, glaube ich. Hä, jetzt bin ich verwirrt, ich dachte, da ist irgendwas erschienen. Achso, hihi, falsch gegangen, hihi. Was macht ein Hund denn am besten müde? Ja, Auslastung, viel Rennen, viel Sprinten. Und Hitze, also Hitze kann man sagen, auf jeden Fall, ne? Aber das kann man ja nicht künstlich erzeugen, sollte man nicht künstlich erzeugen. Oh, da ist noch zu. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Da wollte es ein Metallmänner. Und was hast du gemacht? Du hast mir irgendwelche Kräuter aufgestellt oder so ein komisches Öl gehabt, was den Hund irgendwie müde machen sollte oder irgendwas. Beruhigen soll, ja? Ja. Habe ich aber schon länger gemacht. Ich habe früher mal Sissamela angeschaut. Das ist ein Hundeprofi für schwierige Hunde. Genau, und Martin Rütter ist so der Sissamela aus Deutschland, oder für Deutschland. Aber selbst wo er gebissen wird, ja, das ist die berühmte Szene von ihm, wo er gebissen wird, ja? Oder wo er ein paar Mal gebissen wird. Aber irgendein Trainer hat gemeint, dass der Sissi-Ding schon gar nicht toll ist. Ja, die Trainer untereinander sind sich da immer nicht ganz einig und die einen beschwärzen den anderen, weil die Methoden... Es gibt natürlich verschiedene Methoden, einen Hund zu erziehen oder zu behandeln und sowas, ne? Altmodische, Neumodische und so weiter, das ist alles so ein bisschen, ne? Da muss man selber gucken. Und Sissamela, ja, der hat schon Sachen, glaube ich, gut gemacht, so. Aber ich habe es nicht mehr auf dieser Zeit gemessen. Ich kenne ihn ehrlich, Sissamela nicht. Gibt es einen Geruch, den Kosmos so gar nicht mag? Also Glasreiniger oder Desinfektion? Ja, stimmt. Glasreiniger. Da niest, da muss er immer von niesen. Aber das hat eher was mit der Konsistenz oder... Und Geruch weiß jetzt gar nicht so zu tun, ne? Da niest er immer, ne? Ich mache halt manchmal einen Tisch sauber so, mit Glasreiniger und so. Nach dem Essen und dann niest er manchmal und so. Oh, er hat sich wieder ein Handtuch geschnappt aus der Küche. Gleich schon habe ich zwei Maltipus kennengelernt. Einer war ein richtiger Engel, hat nie was verzogen fast. Super braver Hund. Vier Monate alt, der andere Maltipu, auch männlich. Auch vier Monate alt, der war vom Charakter, wo die Frau ist halt wie Kosmos. Krass irgendwie. Oder hat man was verzieht, den hat... Gut, er hat ein Rumpel, hat die Frau gemacht. Das macht jetzt der Kosmos nicht so. Er hat Angst. Das fand ich aber irgendwie lustig. Die schmusen die da hinten wieder, oder? Ich hab ihn nicht nur in der Nähe. Für mich ist es ganz schön. Ich hab ihn nicht nur in der Nähe. Aber ich hab ihn nicht nur in der Nähe. Ja, ich hab ihn nicht nur in der Nähe. Warum hat es mir zerfetzt? Oh nein, unser Held ist gestorben. Oh nein! Da, 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 da. Ja! Ja! Es geht hier Vorsicht. Glaubst du schon mal hier? Hast du schon deinen eigenen Kampf, oder was? Ah, da ist ein Scheitler. Was für komische Bereiche. Die können fahren und fliegen, wie sie. Ich bin immer ärgerlich um die Bopperlis irgendwie. Ein Bopperlis. Ah! Kann er nicht beachten und warten, bis er von selbst kommt? Oder ihm die Hand hinhalten und sanft mit ihm sprechen? Und was macht man, wenn er erst mal nur bellt? Spiel du mal! Wie verhält man sich da am besten, um sein Vertrauen zu gewinnen? Christos, du hast jetzt beantwortet. Also nicht beachten würde ich nicht. Aber halt auch nicht überschwinglich hingehen. Ganz normal hingehen. Ganz bisschen. Die Hand hinhalten brauchst du in der Regel auch nicht. Aber er macht es trotzdem aus dem Flex, weil er richtig so oder so. Also der richtig aus, keine Ahnung, Metern Entfernung. Und deswegen. Aber die Hand ist natürlich eine freundliche Geste, glaube ich, für den Hund auch. Weil er macht es ihm einfacher. Dass er dich erst mal riecht. Übrigens, auf jeden Fall keine Leckerlis gibt, aber sonst klebt er die ganze Zeit an. Nee, auf jeden Fall nicht überschwinglich. Hier so. Cosmo, Bielchen. Hund! Also jetzt bin ich gestorben. Seht ihr, was ich meine? Wir müssen den, glaube ich, jetzt wirklich in sein Bett bringen. Da kann der Christkappe klauen, das kleine. Kleine Unruhestifte. Also immer ruhig verhalten dem Hund gegenüber so. Und wenn man eher Angst vor dem Hund hat, dann soll man ihn eher nicht beachten, nicht ansprechen, nicht anschauen, dann hat er auch weniger Interesse an dir. Aber je höher deine Stimme ist und piepsi piepsi und du rennst am besten nur rum, und dann hat er Interesse an dir. Wenn du schon nur kreischen weg davon und rennst, dann bist du halt voll Beute für ihn eigentlich. Kommt natürlich auch immer auf den jeweiligen Hund an, ne? Mhm. Aber in der Regel. Es ist nicht bollend, dass er dich gleich fressen will oder so, aber dann springt er halt bei dir hoch oder sonst irgendwas mit dir spielen oder so. Aber ich bin relativ stolz auf unseren Cosmo, weil wir von vielen Leuten immer hören, dass er sich doch gut verhält, ne? So grundsätzlich für sein Alter auf jeden Fall schon sehr ruhig ist und, und, äh, keine Ahnung. Wir kriegen oft Lob. Abwanderung daheim. Nichts. Blöbiges oft macht. Was hat er jetzt in der Maul? Ah ja. Geil. Wie wenn er es mir gezeigt hätte. Er hat es extra aus dem Maul rausgemacht, um es mir zu zeigen. Ist nur ein Knochen da. Ist das süß. So ein kleines, äh, Knochenstück irgendwie. Da legen viele rum bei ihm im Krieg. Wenn er bellt, hat er Angst, oder? Und wenn er knurrt. Oha Michi, genau muss ich erzählen heute. Also ich war heute Morgen unterwegs, äh, zum Bäcker mit dem Hund. Und unterwegs war eine Katze. Ja. Auf dem Gehweg gelegen. Die hat völlig entspannt. Das war heute Morgen auch schon warm. Aber die lag da wie so, keine Ahnung, so völlig ein Bein da, ein Bein da. Also sie hat sich so breit gemacht, wie es nur geht. Aber entspannt halt, ne? Und da hat Cosmo geknurrt. Aber wir waren auf dem anderen Gehweg gegenüber. Und da hat er so ein bisschen angeknurrt aus der Ferne. Ich glaube, Cosmo hat halt echt keine guten Erfahrungen mit Katzen gemacht. Aber ich habe nichts mitbekommen. Außer bei euch halt, ne? Also er wurde ja nie von einer Katze geschlagen oder so. Ja, die Katze war voll im Chill-Modus. Und die hat sich auch nicht bewegt. Die hat sich von dem Knurren vom Hund nicht beeindrucken lassen, ne? Sah aus wie eine Statue, sag ich mal. Aber lag halt mitten auf dem Weg, ne? Und ich habe dann Cosmo dann zurechtgewiesen, sag ich mal. Dass er eben nicht knurren soll, nicht böse sein soll. Und dann habe ich extra langsam gemacht. Und dann waren wir ein bisschen bei der Katze im, im, im ferneren Umkreis. Im Dunstkreis der Katze. Dann wird er sich an sie gewöhnen, so ein bisschen. Oh, wie beruhigst du ihn? Ich ziehe ihn kurz zurück, so. Weil er auch nach vorne gegangen ist, so ein bisschen, ne? Und da habe ich mich vorhin gestellt. Und habe halt auf ihn eingeredet, so ein bisschen. So, ja, ruhig, mit ruhiger Stimme und sowas, ne? Und dann hat er sich auch wieder für andere Sachen interessiert. Und dann sind wir ein bisschen drumrum gelaufen, so weiter. Aber ich bin halt nicht so nah gekommen. Wollte der Katze auch keinen Stress machen, ne? Ja, genau. Aber das müssen wir dem Hund ein bisschen noch näher bringen, dass Katzen keine Gefahr oder sonst irgendwas sind. Aber ich kann ihn voll und ganz verstehen, dass die bedrohlich wirken. Erst mal, wenn die nur so stillstehen und gucken und nichts machen. Aber dann plötzlich auch ganz schön sein können. Genau. Das ist Cosmo, was so ein bisschen verwirrt im Cosmo, glaub ich. Oh, Christkampf! Bossfight! Endlich! Endlich Bossfight! Oh, er hat gelb. Das heißt, du musst jetzt erst wieder ein paar Mal... Mach immer den Halte-Move, Michi. Mit er hat... Genau. Das bringt's vermutlich am meisten irgendwie. Cosmo, bei mir dauert ja auch ein paar Mal nach Gast. Also wenn der bellt, hat er nicht unbedingt Angst? Doch, er hat... Ja, er hat schon Angst. Er hat Angst vor Gegenständen oft. Wenn der bellt, dass er zum Beispiel wohin will mit Leuten Fußball spielen, dann bellt der anders. Ich höre das halt vom Stimmen her. Da hab ja auch immer so eine... Man hat auch irgendwann... Ein Pinkel hat doch keine Angst. Ich dachte, er hat schon Angst. Vielleicht will er da spielen. Dann dachte ich mir so, nee, der bellt ja nämlich anders ab Mittag. Aber heute Morgen zum Beispiel hat er nichts gekriegt von irgendwelchen Leuten, die zur Arbeit gegangen sind und Geräusche gemacht haben, ne? Nö, genau, ja. Das waren nur die eine Nachtmove, um vier Uhr morgens... Zwei Nachten. ...wo der erste im Haushalt das Haus verlässt, hat er halt Geräusche gemacht und Flohle hat er plötzlich gebellt, aber sonst macht er das nie. Hast du noch Heilung noch? Äh, ich glaube ja, oder? Oh, jetzt ist grün geworden! Ja. Von gelb auf grün. Cosmo, komm, bring dich jetzt ins Bett. Jetzt ist auch dunkel draußen. Oh, jetzt bin ich trotzdem gestorben. Okay. Keine Heilkräderle! Ah, nein. Sag schonmal tschüss. Tschüss, Cosmo. Schlaf gut, mein Süßer. Tschüss. Das ist schon 15 Kilo, sag ich mal. Nicht so schwer. Christmas ist ja eigentlich stärker als ich. Oh, jetzt bin ich auch reinkommen. Schatz. Oh, jetzt bin ich auch reinkommen. Schatz. Trink mir mal ganz was. Was los? Du sollst probieren willst. Was ist hier los? Du läufst trotzdem, okay? Gute Wuff Nacht, Cosmo, ja? Ich bin doch Multitasking fähig. Ich bin doch Multitasking fähig. Soll mich wie du packst denn, ja? Soll mich wie du packst denn, ja? Soll ich auch mal ein Boss wieder packst. Ich hab Angst vor ihm. Ja. Das sind jetzt drei Bosse gewesen, die ich gemacht hab, glaub ich, oder? Mhm. Die letzten drei Bosse. Ja. Aber weil er ist metallisch, könnte er wahrscheinlich das metallischwert benutzen. Ja, stimmt. Warte, jetzt geht doch eine andere Richtung an vielleicht. Und die Rüstung spielt vielleicht auch eine Rolle, oder? Ja. Aber das musst du erst mal rausfinden. Oh, ist der Weg weit zu ihm? Nö. Oh, der ist total monsterfrei. Nicht so laut. Der Hund will eigentlich jetzt schlafen. Achso, hör sich. Ja, du musst die Phasen auschecken, wo er verwundbar ist. So zum Beispiel. Da nicht. Jetzt zum Beispiel gleich nicht mehr, wenn er so seine Raketen abschießt. Das heißt, wenn er scheinen Schädel draußen war, ist er gewohnt. Ich hab immer welche gekauft. Die dritte Anbieter Hüllen. Da hab ich ja nur die Spiele rein, die ich halt lose hab, ne? Grundsätzlich hab ich ja doch dann lieber die Originalhüllen, aber ist natürlich schwer zu kriegen. Äh, muss ich nochmal auf Ebay gucken, was ich da bestellt hab, oder wo ich das bestellt hab. Das hab ich da, hab ich einen Stream gemacht gehabt. Mit diesen Hüllen. Die sind halt eigentlich, äh, was heißt zu empfehlen? Die sind halt zu empfehlen, sind aber halt nicht Original halt, ne? Ja, da schließen sie sich gut, das ist schon alles okay. Da steht jetzt auch keine Marke drauf oder so, aber... Die sind schon stabil, das ist eigentlich ziemlich genau wie Playstation, also da kann man nix sagen. Es fehlt halt nur, wie gesagt, das Inlay. Der Sticker, oder? Der Sticker. Und auch auf den Außendingern steht auch nochmal Playstation drauf, auf diesen durchsichtigen Seiten. Stimmt. Aber so ist denn die eigentlich voll okay. Hier übrigens Mortal Kombat Trilogy, aber eben nur in CD-Form. Aber in einer schönen Hülle und die lässt sich stabil, also die schließt sich super gut. Kann man halt empfehlen, wenn es halt wirklich nicht so wichtig ist, ob es Original ist oder nicht. Genau, ja. Weil die halt alt sind, das Plastik da ist halt auch, da kann man auch von Rod sprechen vielleicht, ne? Plastik Rod. Richtig. Aber ich weiß nicht mehr, wann habe ich die bestellt und wo habe ich die denn bestellt? Diese Hüllen. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wenn du sie in großer Menge kaufst, dann ist es schon unter einem Euro. Aber da muss halt die Menge groß sein. Bin mir nicht mehr sicher. Okay. Halt rein. Kann da jetzt leider auch schlecht gucken. Okay. 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 Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich schreibe es vielleicht nochmal im Discord gesehen an. Genaue Stückzahl. Da kostet es vielleicht, ich weiß nicht, kostet die Einzel vielleicht 1,99 oder 2,99 maximal. Wenn es eine Doppelte ist vielleicht. Aber in der Menge, dann wird es irgendwie günstiger. Oh. Xbox Game Pass soll ab September deutlich teurer werden. Ja. Das Deutschland-Ticket wollen es die Outer-Tausend-Filmer tatsächlich teurer werden. Ja, das Deutschland-Ticket. Ja. Es bleibt, wie es bleibt, wie es ist, ne? Es wird immer alles teurer. Ja. PS 1 und 2 sind schon cool. Die haben halt einfach, das sind halt auch vom Produktions-Ding her, sind die halt nochmal irgendwie was Besonderes, weil die haben Rück-Cover, die haben Vorder-Cover. Das ist natürlich für Sammler ein Nachteil. Aber das macht es irgendwie schon speziell, ne? Dass die so Anleitung dann noch drin haben und eben dann Case und so fischende Einzelteile. Was halt dann noch geiler ist, sind halt eben die alten SNS-Boxen und sowas, ne? So OV-Pub, OV-Paste, das sind dann auch normal. Aber ab DVD-Hülle ist es halt immer ein bisschen langweiliger geworden, ne? Er ist schon grün, oder, Michi, ne? Hast du Heilung? Ja. Game Pass teurer, ja? Was kostet der 14,99 die Zeit, ne? Das ist eigentlich schon recht teuer, finde ich. 17,99. Uiuiui. Der Ultimate aber halt, ne? Hm. Naja, deutlich teurer. Drei Euro. Ist nur im Rahmen. Ja, es ist halt, ja, keine Ahnung. Ist zwar ärgerlich, ist alles teurer, oder? Ist natürlich zu kritisieren, aber hm. X-Plus Game Pass Core gibt's da trotzdem noch für 690 im Monat. Ja. Je nachdem. Wird's halt nur noch gekauft, wenn man's braucht, halt so, ne? Das ist halt die Konsequenz daraus. Das sind 6 Mark. Ja, stimmt. Das kann man schon lange nicht mehr rechnen mit dem Markdinger. Das stimmt gar nicht. Sonst ist der Euro-Saber verarscht, sag ich euch. Früher, ich hab ja am Anfang selbst, ne, ne, mittlerweile nicht mehr gesehen. Mittlerweile nicht mehr. Früher hab ich ja das dann, äh, ein bisschen Silberwas auch gedruckt mal gehabt, so. Weil ich mir halt dachte, besser, dass es in der Hühne drin ist oder in der Pappschachtel, als halt gar keiner Schachtel. Aber, ja, ne, fürs Regal. Nur noch Original-OVPs. Bin ich schon einmal gestorben oder nicht? Und Cover. Nein. Ich hab's ja gesagt gehabt, auch ne, bei bei Etsy kannst du ja tausend Sachen bestellen, so nachgemachte, äh, Verpackungen und so weiter für SNL-Spiel und so weiter und alles mögliche. Aber das ist, ne, höchstens für Aufnahmezwecke oder irgendwas, ne, wo man's halt irgendwie dann, keine Ahnung, kaputt machen kann oder so. Aber so zum Sammeln, für echte Sammler nicht, ne. Oh nein, der Hund. Oh, Michi, du hast den gleich. Ja. Hast du Heilung noch? Das weiß ich grad eben. Ist ja voll spannend, merk ich grad. Ja! Juhu! Juhu! I did it! Ja, sehr schön. Das müssen wir ja probieren müssen. War das ein drittes oder ein drittes? War das ein second run, oder? Oder ein third run? Chris befreite, Marie die Puppe. Jaaa! Und? Ich habe einen Niederstein in meiner Tasche. Und? Nimm ihn und rette Dr. Leo. Ich muss noch so einer anderen Puppe noch gehen, meine Lieben. Da, 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 da. Das klingt so nach einem Bossfight. Ich muss nochmal zum Hund. Das war aber Bossfight. Achso. Vielleicht mag der nochmal raus. Hat nur einmal kackig gemacht. Nämlich, weil hat er noch was im Bauch. Weiß ich schon. Ich speichere mal ganz kurz. Weil das kommt. Oh ja, meine Kräiderle sind weg. Chris, komm, wir müssen mit zwei Puppen sprechen. Wir müssen ihm da das Licht nehmen. Wenn er merkt, dass da Licht ist und da noch Action ist, dann will er da immer mitmachen. Der Hund ist immer so, er will immer überall dabei sein. Wenn irgendwas ist. Ich bin einer frommen Maus, stell... Sag mal schon Quatsch, Chris. Die großen Maschinen im Keller riefen das Böse. Sie wurden von Dr. Leo gebaut. Als diese Maschinen anfangen sich zu... Anfingen sich zu bewegen, wurden die Städte zerstört. Okay. Das ist das eigentlich... Er lebt überall gerne, aber halt nie irgendwo richtig. Nur in seinem... In seiner Stallung halt im Bett. Am liebsten, wenn er schläft halt eben dann. Niemand kann einen Pakt mit dem Bösen brechen. Die Welt wird nie zum Leben erweckt werden, solange Deathfall lebt. Dr. Leo muss sich irgendwo in Margreths Schloss befinden. Nimm den Stein aus meiner Tasche und geh zu Margreths Schloss. So. Wissen wir, wo das Schloss... Ist das Schloss? Ja. Okay. Geh mal zum Schloss, oder Chris? Und oft werde ich da noch die alten Level abklappern. Vielleicht findet man ja noch was Feines. Was soll ich trotzdem bei der Pflanze drüben mit der Katze? Cosmo macht sich grad Bett fertig. Er leckt sich ab. Seh ich über ne kleine Überwachungskamera. Die in seine Stallung reingeht. So. Jetzt sieht er so süß aus. Jetzt macht er sich die Decke klar. Er macht sich das Bett, wie man sich selbst das Bett machen würde, weißt du? Er macht das so. Und wurstelt sich alles so hin, dass er schön was hat, wo er sich irgendwie reinlegen kann, ne? Das sieht immer süß aus, wenn er sein Bett vorbereitet so. So. Und jetzt liegt er nämlich. Er macht sich immer noch ein bisschen sauber. Da ist das Schloss, Leute. Oh, das ist ein Blutmond. Wie viele Steine braucht man, fragt Edmund. Das kann ich dir beantworten, Edmund. Warte. Fünf. Fünf. Und ich zeig's dir ganz kurz, warte. Zack. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Aber sie heißen sieben, so Deftold. Hm. Was ist das für eine Vase? Die wir da haben. Das, wenn mich stirbt, dann... Oh, wir sind im Schloss, okay. Es gehört immer zum Singen eines Lieds irgendwie. Oder nicht? Ja, andere Musik gefallen mir besser. Die hab ich jetzt ein bisschen überdrüssig im Ohr, muss ich sagen. Ich mag mal die rhythmischen. Rhythmische, ne? Mit Beat. So, hier in offensichtlich Ruin. Nichts hier. Ich fühle mich ein bisschen eher an Drayton Quest 7. Wo es auch die Ruin gab auf der ersten Insel, ne? Stimmt. Chris, ich freue mich auf 4, kenne die Reihe nur vom Namen und habe bisher fast noch Gutes darüber gehört, aber selber gespielt noch nie. Ja, ich bin gespannt, wie wir das umsetzen, ob es wirklich auch überträgt per Livestream. Und wie das Spiel so ist. Ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert alles technisch. Ich habe natürlich auch viel gehört, aber noch nie eine Sekunde gespielt. Jonti. Oh, guck mal hier. Oh, Jonti greift an. Und die auch. Hier ist der F. Butt, butt, butt. Hätte Zauber benutzen können vielleicht. Aber wir haben nur ein Juweli. Ja, gut. Da gibt es nie die sparsame Michi, gell? Was? Und der Horrorshoot, dann kenne ich nur Doom 3. Boah, aber ich glaube nicht, dass man... Kann man Doom 3 mit 4 vergleichen? Was ist denn das? Oh, das ist ein Geist. Kannst nichts machen. Kannst nichts machen. Hm. Oh, wenn das wieder Doom 3 ist, dann habe ich aber ein bisschen Angst, muss ich sagen. Sinn, das war jetzt kein guter Vergleich. Ich hoffe mir, der Alex hat ein bisschen mehr Spieltiefe und, weiß nicht, abwechselnd. Oh, Michi lässt es dir aber gut geben. Ja. Nichts sehen, Chris. Ja. Dunkelheit im Videospiel. Mein Soldaten. Ja. In der Folterkammer im Keller gibt es viele Geister. Ja. Suche zuerst die Seelenklinge. Ah. Hast du die? Ei, ei, nee. Will für die Lampe, dann klappt es auch mit der Nacht. Ja. Lampe? Und nicht ins Wasser gehen. Was? Dregens Dogma lässt grüßen, Michaela. Habe ich gerade schon checkt. Dregens Dogma. Wie läuft es eigentlich mit Teil 2? War es gut verkauft, oder? War Erfolg, ja? Ja. Weiß man nicht. Oh, da kommen die Geister raus. Genau, krass. Die Geister der Nacht. Oh. Da, schnell rein. In den Dings. In den Lachs. Oh, Kiste. Kannst du das oben kaputt machen? Geisterschwert. Ja, also. Damit kannst du bestimmt töten. Aber der Mann hat gesagt, Seelenschwert, Chris. Äh. Schlägt die Geistermonster. Sag ich doch. Jetzt habe ich recht gehabt. Schau. Der Mann hat uns angelogen. Ne, hat irgendwas anderes erzählt. Seelenschwert. Oh, bist du voll reingelaufen, Micha. Mach das Ding mal oben, wenn du eine Kugel schießt. Geht das nicht kaputt? Meist nicht. Hoppla. Doch, schieß immer noch Kugel. Ne, kann man kaputt machen. Keine Ahnung, ob es sich gut verkauft hat. Solche Nachrichten sehe ich mir nicht an. Okay. Warum nicht? Nicht. Ich meine, ich suche jetzt auch nicht aktiv nach solchen Nachrichten, aber wenn ich so seelisch sehe, ist es schon mal kein Durchschnitt. Ich nehme mir sowas an. Guck, wie sich so ein Spiel schlägt. So, wunderbar. Dragon's Dragon 2 hat jetzt drei Millionen Exemplare verkauft auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Ja. Das ist dann schon ein Millionen-Seller. Ich glaube, ab mir ein Millionen ist es auf jeden Fall davon greift. Eins gibt es hier noch. Komm, das such mal noch. Das ist für ein Singleplayer-Spiel doch respektabel. Wäre es in den Monster Hunter-Spiele so gewesen? Wahrscheinlich noch mehr, weil es halt online ist. Also im Vergleich zum Monster Hunter wahrscheinlich doch ein Witz. Aber ich danke Capcom dafür, dass sie die Singleplayer nicht vergessen haben. Danke Capcom. Und auch heute noch solide, gut verdauliche Singleplayer-Spiel rausbringen. Ich fand es süß, dass wir Kätzle eingefügt haben. Ja. Warum lebt denn die Schlange schon wieder? Frage ist halt nur, wie sich die Kosten in der Entwicklung sind. Ja, gut. Weiß ich nicht. Kostenentwicklung? Ich glaube, bei drei Millionen. Achso, ja, stimmt. Ja, klar. Muss man immer in Relation sein. Ich weiß nicht, wie Capcom selbst davon gesprochen hat. Muss man immer Bruder vom Bretter abziehen. Ich denke, Capcom hat es positiv vermeldet mit den drei Millionen. Warum lebt denn die blöden Schlangen die ganze Zeit wieder? Drecksviecher? Michi mag die Katzenwesen. Was für Drecksviecher? Die Schlange, ne? Ihr hört die Michi gut, oder? Ja, ne? Nuschle wieder ein. Also, wenn sie auch nuschelt, ob es dann immer noch gut hörbar ist. Oder ob es beim Nuscheln doch schwierig wird dann. Oh, jetzt kurz die Kipp. So. Treffi oder treffi? Nein, die treffi nicht. Bei einem Fall in Fantasy hieß es, man muss 10 Millionen verkaufen, um auf Null zu kommen. Okay. Auf Null? Aber dann würde ich es auch nicht so teuer machen. Nuschel, nuschel, nuschel. Muss er wieder meinen Bart rassieren, dann hört er mich besser. Muscheln, nuschel, ja. Ne, geht nicht. Wo steht das letzte Ding? Hilft mir mal. Da muss nur irgendwas geben. Ach, da. Da ist es Michi. Danke, Chris. Au, au. Aber will es nicht sterben? Oh. Schlechte Michi. Ich glaube, die Schlangen sind einfach so blöde Gegner. So ein Drauftappen. Bam, bam. Oh, nein. Ich höre den Soldaten, wenn der Quatsch. Wo sind sie denn? Put, put, put. Bin ein bisschen müde. Ja, ich auch. Aber ich soll nicht mehr lang. Mein Onkel ist der berühmte Architekt Frank. Frank? Ey, den kennen wir doch, glaube ich, aus dem ersten Dorf. Ich kenne mich ein wenig mit Architektur aus. Ich werde dir später etwas geben. Wieso später? Weil er jetzt noch Wache schieben muss. Siehst du noch? Gibt aber nichts so gewachen. Dass er gerade arbeitet. In der Folterkammer kennen wir schon. Das heißt Geischerklinge, süßer. Das da war hinten auf dem Spielcover drauf. Das ist Bill hier. Echt? Ich habe immer gewartet, wenn wir hier landen. Zack. Zack, sag, hat die Michi gewartet drauf. Ich weiß nicht, wo ist er hin? So, Leute. Sag ich mal, Gute Nacht. Ich muss morgen wieder früh raus. Schönen Abend noch, Alex. Gute Nacht, Alex. Mach's gut. Schlaf gut. Bis zum nächsten. Hier morgen Homeoffice streamen wir hier wieder. Es ist schön, wenn sie Hersteller über ihre erreichten Verkaufstag freuen und nicht wegen zu hohen Erwartungen enttäuscht sind und alles einstellen, ja. Jetzt haben wir die Frage Erwartungen. Die erwarten ja halt dann mehr, als dass sie die dafür ausgegeben haben für die Produktion des Spiels. Die müssen halt auch Geld verdienen. Die müssen halt aber auch dann irgendwie auch mal die Produktion von einem Spiel irgendwie halt auch da so machen, dass es nicht so übertrieben teuer ist. Aber auch die werden Probleme haben, ne? Dass alles teurer wird. Jeder hat da damit zu kämpfen, letztendlich. Alles ja teurer. Immer teurer. Ist schon irgendwie unheimlich, wenn wir hier in der Folterkammer sind. Warum bist du schon wieder hier? Bist du gestorben schon wieder? Ja. Heilung? Nein? Ich muss über den Meerjungfrauen wieder krallen alle hochheilen. Ja. Gibt es mittlerweile nichts irgendwie woanders mal? Oder hast du was übersehen? Dass man nochmal woanders an die Heilung kommt. Die fromme Maul hat mich nur so umgeheilt. Mhm. Bei den Mäusen im Haus oder so irgendwie nix. Da müsste mich ja wohl geschickter spielen und nicht so, dass sie nicht so verwundet wird. Oder Zauber nutzt er auch kaum, ne? Da wollte er oft kein Haar beistet. Ah ja, stimmt. Das stimmt. Das ist ein bisschen ein Manker im Spiel, ne? Man bekommt zu selten, dass mit den Zauberern die Juwelen... Oder wenn ich stirbt, dann habe ich ja dann wieder keinen oder so. Aktivieren. Das ist schon so ein Ding, das ist dann ein bisschen schwierig mit dem Zauberern. Ein Sänger. Oh Gott. Ja, eigentlich wird ja ein schönes Haus. Erfahrungsgemäß ist ein zweiter Teil oftmals noch erfolgreicher als der erste. Eine traurige Stimme. Wenn man aber nach dem ersten schon aufhört, dann kann es keine Steigerung geben. Kommt aus dem Theater. Aber, ey, wir haben doch gehört, es gab doch ein... Die EA hat doch jetzt wieder angekündigt, dass es ein Dead Space 2 Remake gibt. Echt? Okay. Ich glaube, das wurde schon verkündet, dass das jetzt kommen soll. Oh, was soll ich bloß tun? Ich kann keine Hafe spielen ohne Seiten. Tja. Traurig. Wer findet mir ein paar Seiten? Und Seiten kannst du nur aus... Seiten aus Papier. Seiten kannst du nur aus... Pferde. Pferde. Hier, wenn 4 wie Dead Space wäre, das wäre ein Horror-Shooter. Der Dead Space ist doch auch noch eine Marke. Ja. Darf ich schon spielen, Chris? Wo? Chris, wir fallen einen Soldaten. Aber das kommt ihm klar dazu. Der Nächste zum Tunnel. Spaß. Oh, was soll ich denn gerade gleich jetzt rein? Die warmen Tage machen dann aber auch echt fertig, ey. Selbst beim Nix tun. Oder beim Trash-TV schauen. Wenn du nur weiter guckst, dann deabonnierst du wieder. Bitte was? Wenn du es weiter guckst, dann deabonnierst du wieder. Piki Michi. Was machst du denn? Wenn du es noch weiter guckst, dann deabonnierst du wieder. Deabonnierst du? Den kannst du doch machen. Das gilt trotzdem noch einen Monat. Wir sind zu viel gefreut. Guck halt du die andere Show mit ihm an, dann kannst du noch Hunde trainieren. Ja, Love Island. Nein, nicht das alles. Ne, Martin Rüttler guckst du mit dir. Vielen, vielen Dank. Es gibt viele Dornen im Keller. Es gibt viele Drohnen im Keller, habe ich gelesen. Wenn du dieser Daten an dem Platz meiner Schwangerschaft befreist, wird die... Wirst du die Elementar-Rüstung erhanden. Okay, geil. Michi, ich gucke nur die angezogenen Sachen. Echt, oder? Ja, muss ich schon mal gucken. Was hat der Alex von geschrieben? Naked irgendwas? Johannes guckt auch. Muss ich mal... Die Augen offen halten. Aber dürfen die das uns in Seid dann zeigen auch? Ja gut, auf ihrer Plattform wahrscheinlich schon dann, ne? Aber ich glaube, bei Temptation dann tun sie immer verwischen. Da machen sie immer... ...Zensur. Aber trotzdem hat dich trotzdem jemand... Der Schnittmann hat dich nackt gesehen, oder so? Ja? Der Schnittmann, oder werde ich... Ja, das ist natürlich... Davon kannst du auch sagen. Ist er irgendwann nicht nackt sehen, auf jeden Fall? Oh, oh. Oh, es ist mit ihm, da schläft er. Oh, er ist tot, glaube ich. Der Tod ist er bestimmt, bestimmt nicht. Mir geht es nur um das Zwischenmenschliche. Oh, Xena, das richtig Psychologische. Ich bin Psychofreak, Xena. Ich mag richtig psychologischen Dramen, diesen Hard. Zwischenmenschlich, das finde ich spannend, wenn es echte Gefühle und Emotionen da sind, ja? Der Chris aber eigentlich nicht fährt dich. Ja, die sind ja immer da, immer da. Ja, ich muss sagen, einer hat mich hart berührt. Muss ich sagen, Xena, ich weiß nicht, ob du... Wahrscheinlich kennst du das schon. Staffel 4, glaube ich. Äh, der krass Tätowiertyp. Das, das hat mich ein bisschen mitgenommen, wie der behandelt wurde von so einer Frau. Das war nicht... Das hat mich ein bisschen so... ...ergriffen, sag ich mal. Weil, das war schon fies... Das hat mir heute erzählt, hat er seine Stimme ganz drauf geworden. ...hinter, hinterm Rücken so fies zu erzählen, als in so einer fiese Kuh, weiß ich nicht genau. Das war, war hart. Das war so ein ganz krass Tätowierter Typ. Also, auch im Gesicht, also. Ja. Du musst viel Geld kreischt da haben. Es war halt eine Jungfrau, oh Gott. Eine Nicht-Jungfrau. Eine Nicht-Mehr-Jungfrau. So schrecklich. Richtig, Xena, genau. Denn da hat er mich irgendwie krass getroffen. Der Rest ist so, ja. Aber diese... Weißt du, wenn halt so ein... Wenn halt so ein Biest von einem Mann... Wenn der weint... Oh, dann geht... Das finde ich krass dann einfach, weißt? Wenn der zum Wein gebracht wird von so einer Frau. Also vom körperlichen halt, von der Erscheinung her halt einfach, ne? So ein Biest von einem Mann. Das war schon krass. Warte, jetzt gehöre ich so krass. Hilfe, Dornen! Geist ja schon wieder. Komm her, dann metzt die euch wieder. Ja, aber... Ja, in Timitation Island war es... Ich hab das nicht gesehen, aber in Timitation Island war es krass. Das prominent getrennt war dann nach Timitation Island. So. Ja. So, im Mittwoch der Schläft, der Hund auch tiefenfest. Schön. So. Ich bin die süßen Träume gegangen. 22 Uhr, ja. Könnte ich ja heute Nacht ums Kleine kümmern, wenn's wach wird, Chris, oder? Hm. Wird's wach. Wird's wach? Wird's wach? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich es durchschlug, das Kleine. Das ist der Schlafseil der Soldaten. Ich kümmere mich um sie. Okay, Xena, keine Ahnung. Nee, aber das war Gesundheit. Ah, das ist wie gesagt, das hab ich nicht gesehen, das weiß ich nicht genau, wie das wirkte, aber in dem Timitation Island, da hat sie richtig fies über ihn. Einer, der ist halt da. Und am ersten Tag war das, da hast du am ersten Tag schon direkt bei den anderen Weibern, hat sie direkt dann hier gehetzten gelästert über den eigenen Ehemann, weißt du? Hinterm Rücken einfach. Ah, er versucht nicht. Der ist so dumm, wie er groß ist, hat sie gesagt. Und dann hat er das gesehen und dann hat er geweint. Ich möchte das spielen, aber mein Zeichen. Und eigentlich ist es ein herzenslieber Mensch, obwohl er so krass tatuiert ist, ne? Ich kann shit auch gar nicht. Ja, natürlich, so wie der wirkte, der hat sich da völlig verletzt. Aber du sag mal, das ist auch krass mit den Fragen, gleich. Willst du damit zeigen, dass die Gloria recht hat, oder was? Nee, ich hab's ja nicht gesehen, ne? Ja, also. Ich frage nur, ich sag, ich tue nur alles aufsehen. Mhm. Ich kann nicht mehr sagen, ob er dumm ist, weil ich kenne ihn ja gar nicht. Und selbst wenn dumm ist, hat er das trotzdem nicht verdient, dass man so über ihn redet. Dumm ist doch keiner. Doch. Ich wurde von einem Monster namens Forschungheim gesucht. Ich hab meine Frau, meine Tochter nicht genügend Beachtung geschenkt. Ich verstehe es, aber immer noch nicht. Ich wurde als Genie und Wissenschaftler gefeiert. Das ist Dr. Leo. Ja, ich weiß. Und sogar der König gab mir Aufträge. Ich hab immer wieder mal neue Sachen in den Fahrstuhl der Wassermühle oder dieses Luftschiff erfunden. Letztendlich erfand ich die Maschine... Eine Maschine, um Death toll zu rufen, nur um etwas zu merken. Werkzeuge sind dazu da, den Menschen das Leben einfacher zu machen. Aber wenn die Werkzeuge einfangen, die Menschen zu benutzen, wird ihre Kultur verschwinden und sie werden unglücklich. Wenn ich zur Welt des Bösen gelange, wird Death toll gerufen. Ich kann nicht glauben, dass diese wunderschöne Welt zerstört wird. Bitte lass mich irgendwo raus. Dr. Leo, Sie haben vielleicht recht. Aber ich muss sie zu Margretts Schloss bringen, damit sie nicht entkommen. Ich muss mir Gedanken um das jetzt machen, nicht um morgen. Ich muss meine Arbeit verledigen, oder? Ich werde bestraft. Versuchen Sie bitte nicht, mich zu verstehen. Versuchen Sie bitte, Michi zu verstehen. Michi? Michi. Oh, ich habe geschlafen. Ich habe in der letzten Zeit denselben Traum wie Dr. Leo. Wenn ich Dr. Leo freigelassen hätte, wäre die Welt jetzt nicht so. Ich weiß nicht mehr, wem ich gehorchen soll. Im Keller von Marke Joss gibt es viele Dorne. Du musst die Rüstung tragen. Chris erhält die elementale Rüstung. Ah ne, ich glaube nicht gesehen. Ich kenne das Spiel, ne? Aber das ist ein teures Ding mittlerweile. Skys of Arcadia. Oder warte mal. Was heißt du von der Mauer? Ich habe bekannt... Jetzt muss ich doch mal kurz... Ich bin bekannt als schneller architect. Oder war das was anderes? Irgendwas für den Gamecube Hub? Ich habe aber, glaube ich, in schlechtem Zustand. Ich weiß nicht, ob Skys of Arcadia war oder was ähnliches. Das ist der Königsschloss Milad. Der König ist... Aber die Gamecube-Liste weiß ich gerade auch nicht, wie aktuell die ist. Ich muss sagen, sonst werde ich bestraft. Das ist das Schloss von... Das ist das Schloss von... Das ist der rosa Ding meiner Welt. Jetzt werde ich bestraft. Oh mein Gott. Das ist auch kein Leben. Ne, in der Liste ist es zumindest nicht drin. Aber ich bin mir nicht sicher gesehen. Weiß ich gerade nicht genau. Das würde ich gerne mal sehen. Was für Dornen überhaupt? Skys of Arcadia. Oh, das sind die Dornen. Okay. Alles dort. Gucken wir mal kurz. Skys of Arcadia. Das ist auch dieses andere, dieses Skyblazer, wo Xenia hat jemand auch noch geblieben. Und dieses Shadow Hearts, von dem Xenia erzählt hat. Shadow Hearts? Ja. Oh ja. Skys of Arcadia. Skys of Arcadia. Legends aber auf dem Gamecube. Oh, ich kämpfe in die falsche Richtung. Oh, für die Dreamcast ist es auch was gekommen. Traumkast. Oder Traumbesetzung. Dreamcast. Traum... Oh, teurer nochmal. Krass. Okay, wohl. Gibt es auch günstiger Versionen. Dreamcast tatsächlich etwas günstiger als Gamecube. Ja, die Kuh ist ein Opel irgendwie. Ich denke nicht so... Verarschen die Junge mich hier. Tales of Destiny. Darf man nicht verwechseln damit. Das war für PlayStation 1, glaube ich, dass die Rollenspielartikel genommen... Sieht ein bisschen aus wie für das Thousand Arms Cover auch. Für die PS1. 1 Sänger. Oh, das steht einfach da. Wir wollen auch die Häuser haben. Das war auch mit Luftschiffen und so glaube ich. Genau, da habe ich auch mal was gesehen von. Ist er schon wie der. Der sagt den Namen ja auch aus. Skys of the Kater, ne? Was sagt es uns aus? Himmel, vorne? Skys. Das ist um Luftschiffe gilt. Und so Luftpiraten, genau. Luftpiraterie. Die klauen uns Luft. Oh nein. Da stehe wirklich die Schlange. Da stehe wirklich die Schlange. Das ist ein bisschen schön. Wie läuft Elden Ring at Tree? Läuft gut, glaube ich, oder? Ich glaube, du hast ja noch bequatscht. Das ist zu teuer. Das ist ja nicht beschwert, oder? Ne. Zu schwer ist. Ja. Also meine ja auch. Ist das klar. Sehr gut. Sehr gut. Ist auch ein Erfolg. Sehr gut. Für From Software und das Beste. Wie lief Armored Core letztendlich? Glaube ich nicht so gut, oder? Echt? Okay. Armored Superidum, Japan. Von einem Soldaten. Ein Soldat ist noch ein. Was ist das? Bitte rettet Dr. Leo. Er muss in Kerker im linken Turm sein. On the left tower. Manche erinnern sich über die harten Bossgegner. Ja, das ist natürlich verständlich. Aber das sind dann auch Leute, die noch nie Dark Souls 1 oder 2 gespielt haben. Was ist jetzt das härteste Dark Souls Spiel? Ich glaube immer noch Demon's Souls, oder? Gibt es jetzt mittlerweile mal ein offizielles Ding, was das spätste Dark Souls ist? Das ist aber einfach halt da. Was denn? Landschaften tun sich auf, ja. Das gefällt mir immer. Hä? Achso, ich muss zurück. Okay. Ich glaube, wie lange geht es noch? Mois nicht. Was ist denn? Ich habe einen Freund, der dem König eine Chore hat. Er wollte mit König Leo flieren. Er wurde in die Vorderkammer. Deutsch bitte. Er ist in den Keller geschnappt. Er kam nicht zurück. Seine Hafenseite ist die Geburtsgeschenke von meiner Frau. Aber auch Remake, ne? Ich kann schöne Musik spielen mit dieser Seine. Er sagte immer, dass ich das konnte. Könnte. Könnte. Oh, ey. Es ist trotzdem immer noch so warm hier oben. Ich finde es gar nicht so warm. Doch. Kann ich dir auch so ein schickes Oberteil anziehen wie ich? Oh, Seide. Seide musst du tragen, das ist gut am Körper. Seil? Seide. Okay. Ja, gut. Ägyptisch am besten noch, oder? Meine Mami hat einen Seiden. Der Geburtsgeschenke von meiner Frau. Ja, das ist ein Boss, falls er Dark Souls 3. Okay. Was ist mit Sekiro? Nein? Sekiro! Der Oberstoff ist, der Türm ist ein Gefängnis. Hier, der nicht die Karte aus Patin besitzt, darf nicht rein. Wer? Patin? Ne? Mit den zwei Typen habe ich ja gesprochen. Haben wir irgendwann noch herausgefunden, der gekommen ist? Hat jemand aufgepasst oder war nicht schlafen? Ich leg mal kurz das Spiel zurück ins Regal. Bleib hier und guck zu Chris. Ah ja, Michael. Ich muss zum Theater. Schnell. Da gab es da nur einen zum Quatsch. Der da her. Ich wollte mich hier nur ein wenig ausruhen. Während er als Wache zuhört, sieht Chris eine Karte unter dem Fuß der Wache. Aber Chris kann nicht an sie ran, weil die Wache draufsteht. Auf dem Mars, ne? Oh. Muss dahin. Geh weg. Auf dem Mars gibt es, glaube ich, keinen Wind, ne? Auf dem Mars. Oh, wie die Scheiße wäre das? Auf dem Planeten sind wir, wo kein Wind ist. Oder keine... Weißt du, wirst du irgendwas... Da ist ja auch nur warm, glaube ich, auf dem Mars. Shit, ich komme wieder hin. Geh weg. Da will ich nicht hin. Mit Sekiro bin ich nicht warm geworden wegen dem Parian. Für mich gehören Treffer einfach mit dazu. Also, dass ich getroffen werde und mich dann durchbeiße. Bei Sekiro musst du aber abwählen, sonst bist du Rippchen. Rippchen. Rippchen? Rippchen. Rippchen. Ja, Sekiro. Setting auch nicht meins. Kampfsystem auch nicht meins. Schwierig. Setting auch nicht meins, Chris. Gibt doch auch den Film der Marsianer. Ja, den gibt es, aber das sollte... Hilft dem Mars trotzdem nicht. Glaube ich. Wir wissen ja gar nicht so viel über dem Mars. Was? So viel weiß die Menschheit ja auch gar nicht auf dem Mars. Hier ist ein Viech. Ein ekelhaftes Insekt. Wir müssen den Typen wegkriegen, Chris. Den Toten. Hilf mir. Den da. Schau. Ich wollte mich hier nur ein wenig ausruhen. Blablabla. Während der... Während er der... Eine Karte oder dem Fuß der Wache. Brauchte. Das kann ich dir an sich rein. Wollte ich auch nicht aufgestellt. Er wollte sich nur etwas ausruhen, okay? Was ist mit der anderen Wache? Die guckt auch bloß zu. Mars macht Mobilbar. Arbeit, Sport und Spiel. Okay. Habe ich den Witz schon erzählt vom Deutschen im Weltraum? Ja. Okay. Kann ich ja nochmal erzählen. Was ist eigentlich mit dem Stand Up Paddle geworden? Das habe ich letztens mit dem Johannes vollzogen, als ich äh... eine Frau und Hund frei hatte. Da war ich mit Johannes letztes Mal unterwegs im Stand Up Paddle. Ich war auch Stand Up Paddle mit meinem Papi. Genau. Also vereinzelt halt leider nur noch. Und selten. Aber schon noch im Leben. Richtig, Xena. Dankeschön. Finde ich immer auch gut. Es kam sogar letztens nochmal auf. Da haben wir irgendwas... Irgendwas war da auch nochmal... Da hast du so einen Witz erzählt. Da haben wir auch Eilfrau gesagt. Oder Eilkind oder Mädchen. Irgendwas war... Gibt es hier unten was? Null. Okay. Gibt es hier was für mich? Null. Du schmeinst gewesen. Nee. Stimmt. Mach nochmal eins auf zum Trinken. Bitte. Du kannst es selber aufmachen. Hä? Ist ja noch genug da. Nee. Schön gekühlt. Es geht nichts über tiefgekühlte Getränke, Mann. Wirklich. Tut mir leid. Michael hätte die gerne so... Also... Eben. Eben. Zwei von drei haben nichts gegen Mobbing, ja? So. Weil die beiden anderen mobben? Ja. Wie steht das... Wie steht das... Wie steht das... Wie steht das so kühl... Schokkegris? Alles kühl. Ey, mir kann alles kalt sein. Außer halt warmes Essen. Also natürlich, äh, ne? Warme Mahlzeiten. Aber sonst... Alles kalt. Kalte Früchte. Kaltes Obst. Kalt... Alles. Kalte Mais. Aber... Ja, alles kalt. Was macht der jetzt so? Schokke natürlich auch dann. Nutella lass ich noch mit mir reden. Nutella... Aber ey... Ich hab heute auch Nutella gegessen. Aber das ist auch so ekelhaft. Wenn es so warm ist, dann ist das flüssig, ey. Das ist auch scheiße, ey. Dann doch lieber Kühlschrank. Nee, das ist dann so kalt. Ja, aber das dauert ja nicht lang, bis es aufgetaut ist. Zumindest die Butter. Aber das... Diese flüssige... Boah. 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 Flüssiges Nutella ist auch nicht cool. Nicht. So, wie kriegen wir den Typen da jetzt weg? Schieb ihn mal. Kannst du schieben? Ja. Zaubern irgendwie. Ist das vielleicht aktuell die Mission? Zauberstab? Da wollte sich ausruhen. Hab ich ja benutzt. Nee, da scheiden sich keine Geister. Da scheiden sich... ...absolute Banausen... ...von Feinschmeckern. Das unterscheidet sich da. Natürlich mit Butter. Was soll das? Das war doch nie anders. Oh, Michaela, was ist los? Komm, noch zwölf Minuten, das hältst du aus. Ich krieg mal den Ollen weg. Musst du das machen, sicher? Ja, das heißt, ich brauche eine Kalle, sonst lässt er mich nicht rein, hm? Was ist da oben mit dem Typen im Altar? Der jammert, dass er seine Seite nicht hat. Ach so, okay. Ja, dann bringt er uns an der Seite, dann spielt er und dann geht er wahrscheinlich. Ja, wir haben... Ihr habt ja nicht... Du musst die Seite ist die Mission, glaube ich, Michaela. Doch! Schau mir mal an, die Haare kann man sich so den Nacken krabbeln. Doch! Wenn der König gehorcht hat, er wollte mit Dr. Leo fliegen, er wurde in die Folterkammer. Was ist das? Ich meine, du hast die Seite? Im ersten... Okay, warte, ich geh nochmal zu dem. Warum ziehst du mich eigentlich an den Haaren? Weil ich die nur... Das Ja. Das Nicken. Kopfnicken. Ne, ich schreiche ja mit meinen Haaren, meinen Nacken, heißt das? Ach ja, Michaela. Ich kenne nur eure Besitzer mit den langen Haaren. Im ersten Stock. Okay, ist hier der erste Stock? Jetzt bist du ja schon wieder in dem Dungeon, Michaela. Ja, ich... Das heißt nicht, es muss... Einer muss hier gefangen sein in der Folterkammer. Und bist du noch in der Folterkammer? Ne, das ist, äh, de Kerkar. Ne, dieser Geist. In der Folterkammer gibt's Geister. Aber das ist in Kerkar, nochmal. Das ist doch keine Folterkammer hier. Ist das eine Folterkammer? Keine Ahnung. Eine Kammer ist sowieso schon mal ein Raum, eigentlich. Das ist halt hier Kerkar, wo die angekettet sind. Die kommen dann vom Kerkar in die Folterkammer. Ich weiß aber auch nicht, wie realistisch das Spiel sich da angehalten hat. Verarscht. Denkt sich die Schlange. Hast Schlange. Drecksviecher. Hinterhält dich. Folterkammer müsste ein Raum sein. Da... Hier gibt's noch was. Okay, warte, warte, warte. Ja, sag ich doch. Schnupper ich. Wie hast du das jetzt gesehen? Mit der Eins. Schau übrig. Auf Start. Eins. Monsterhöhlen eins. Verarscht. 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 Sony, Microsoft, ne. Wenn wir mal mit rüchen wird. Und wenn... Nicht. Hm. Ich glaube jetzt schwierig, dass da... Ich glaube, ich würde Warf noch dazu zählen vielleicht oder so. Oder Epic. Höchstens noch. Aber ja, keine Ahnung. Oh, schwierig grad. Ähm. Ich glaube nicht, dass da jemand dazu kommt. Großartig. Apple hat's ja glaube ich auch schon versucht, ne. Da hat er Treppe, Michi, ne? Da bin ich nicht herkommen. Okay. Ähm. Amazon hat's ja auch versucht und so. Das ist glaube ich vorbei alles soweit. Oder zumindest keine Konkurrenz. Ach. Am Ende weiß ich auch nicht. Nintendo wird sich denke ich schon stabil bleiben. Und treu. Ach. Ich kann's echt nicht sagen. Microsoft wird wahrscheinlich auch erfolgreich mit seinem digitalen Angebot. Weil's eben die neue Kundschaft so mag. Toyota. Genau. Nichts ist unmöglich. Toyota. Gibt's Toyota eigentlich noch? Glaube ich schon, oder? Tesla Gaming. Stimmt. Der, der gute. Äh. Elon. Der könnte doch irgendwie einsteigen. Stimmt. Aber der will ja auf dem Mars. Auf dem langweiligen. Toten Mars. Ja, weiß ich nicht. Hä? Hä? Ah ja. Guck. Siehste. Michaela. Sehr gut. Hier. Töte es. Töte es. Hast du deine... Mach du deine Unsichtbarkeitsding, oder? Das macht er nicht irgendwie. Das hat er automatisch gemacht. Aber in den Dungeon musst du das doch machen. Du musst bestimmt irgendwas aktivieren. Ach guck mal her. Die Tantetsu-Klinge befindet sich in Leos Labor. Hab ich. Und die Seelenklinge in diesem Schloss. Ah. Versuche dich zu erinnern, wo die unbesiegbaren Monster waren. Ich muss da auch wieder zurück, Christiana. Wohin? Wechselt, gell, wenn er sich das besiegen muss. Danke. Hat ich gerade selber gesagt. Oh, sollt Margretts Schloss sein? Bum, 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 bum. Ich würde sagen, Michaela, wir gehen speichern jetzt. Jetzt hast du ja... Jetzt haben wir ein Ziel fürs nächste Mal. Das ist gut, ne? Aber geh du jetzt erstmal speichern. Der Weg dahin ist ja auch noch ein Stückchen. Und dann... Dann kann ich nicht. Dann bitte ich mich doch. War es dieses für heute. Also wir müssen doch, wir müssen doch Brexit-Gaming machen. Ja gut, das kann ja sein. Aber das was du gemacht hast heute war kein Brexit-Gaming. Kein offizielles. Doch, war es doch. Hab's angekündigt. Kein offizielles. Ich habe es angekündigt. Siehste. So. Speichern wir? Wobei, eigentlich haben wir alle, okay? Na ja. Wir haben auf jeden Fall was. Die Michaela speichert jetzt... Verzeiht uns etwaiges, vielleicht etwas runtergefahrenes Gameplay heute. Wir sind müde. Hallo, guten Brot. Geist mal. Die Hitze macht uns zu schaffen. Und wir hoffen, ihr habt ja trotzdem Spaß. Bestimmt, oder? Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit DAPL. Dabei. Bye. Die Insekten kommen auch zum Leben, ey. Ist furchtbar. Und ja. Dann sehen wir uns übermorgen oder überübermorgen. Am Freitag oder am Samstag. Also morgen nicht, aber habt ihr ja frei. Mit Dragon Quest 7 vermutlich. Und wir wünschen euch stressfreie Tage. Stressfreie, äh, hitzefreie Tage. Hitze? Und vieles mehr noch. Alles Gute. Und schützt euch vor den Insekten. Genau. Die kommen überall. Wenn ihr spazieren geht oder so. Also. Dann bis zum nächsten Mal und alles Gute. Gute Nacht. Ciao, ciao und gute Nacht. Ciao, ciao.